so hey leute mal schauen ob der stream wieder aufgenommen wird mal eben gucken mein chat wieder öffnen ich weiß nicht ob der stream neu gestartet wird ob es jetzt der gleiche stream ist ein neuer stream ok leute willkommen zu es ist sie auf sie ist ein nico dass wir wieder am start seit für mich ein neuer stream ich weiß nicht ob es für euch noch der alte stream ist aber jetzt auf jeden fall läuft das spiel für mich das heißt wir können nämlich mal überschalten in das spiel rein muss man einmal hier den das dashboard aktualisieren so jetzt auch für mich ein neuer stream soja neuer stream alles klar was sie wie geht's wie steht es an alle die am start sind so wir starten jetzt hier rein ich muss mal eben hier gucken dass ich einmal ich sage euch das am besten direkt von anfang an glaube ich guck mal eben ob ich das machen kann ja spielaufnahme sie auf sie ist so müsste doch laufen oder ihr müsstet alles hören hello again heinte ja jetzt geht's also das problem war ich musste das xbox insider hat neu installieren einmal deinstallieren und einmal wieder neu installieren dann hat das spiel auch funktioniert da habe ich mit euch trinken klar ich nur wenn du willst gerne ja das lied übrigens hört sich ein bisschen an wie herr der ringe oder so was hier gerade funktioniert läuft naja start mal rein abenteuer wird angenommen soll jetzt ewig falsch geld wird überprüft steht da wie geil ist das denn jetzt kommt ein intro okay warte mal hätte gerade läuft das intro richtig geil die musik aber freut mich voll oh man kann das neu anfangen man kann die radlöschen oh mein gott wie geil sieht gut aus ich kann nichts verstehen was er sagt übrigens das intro läuft gerade moment da muss man moment 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 Oh, nicht schlecht das Intro. Also, man kann jetzt hier mit Page Down neue Piraten wieder, wie am Anfang, wie wir das schon mal hatten, oder? Ja, und man kann einen Favoriten ausfinden, der wird dann, wenn du rerollst, bleibt er stehen. Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt Page Down mache und mir gefällt ein Charakter, dann kann ich... Bei dem 1 drücken, ja. Okay, bei dem 1 drücken, okay. Wir gucken erstmal, dass ich den richtigen finde. Ja, der sieht nicht schlecht aus, dann machen wir mal weiter. Ich suche mir mal eben meinen Piraten hier aus. Adrian ist am Start, hi. DNS, hi. Passend zum Trinken und Plündern gekommen. So, wir machen uns jetzt unseren Charakter hier. Ich habe aber gerade eben das Spiel neu gestartet und es scheint so, als wenn du dieses Intro jedes Mal angucken musst. Ja, ja, musst du. Nee, ich habe Escape gedrückt. Oh. Noobs. Warte mal. Ja, ich habe mit Insta und will etwas zu probieren. So, mal eben gucken, welchen Charakter ich mir hier nehme. Irgendeinen geilen Charakter hier nehmen. Loots sind am Start. Ja, wartet mal kurz. Loots habe ich gar nicht offen. Wartet mal. Ich muss mal eben hier Loots öffnen. Sorry dafür. Mach ich sofort. Habe ich wegen dem Neustadt jetzt nicht offen gehabt. Einen Moment. Ich muss mal hier wieder öffnen. Gucken, was bei Loots abgeht. Falls er mir hier ein paar Loots schickt, dann geht es sofort weiter. So, ich sehe aber noch nichts bei Loots. Müsste aber gleich kommen wahrscheinlich. Ja, die wollen wir nicht. Das ist eine Piratin. Oh, der ist auch nicht schlecht. Ich will so einen anderen geilen Charakter haben. Gucken wir mal, was wir hier nehmen. Ich hatte so einen coolen Charakter bei der Beta. Schauen wir mal. Der sieht auch nicht schlecht aus mit den Narben, aber... Ich muss dann Johnny mal eben leiser machen. Warte mal, Johnny. Ja, okay. Hast du auf so einem Profil so eine Banane? Ja, Hanna. Nee, den will ich nicht haben. Wie sieht der denn aus? Der hat... Ach, Johnny. Freund hinzufügen. Okay. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Das ist ein guter Charakter. Okay, der ist aber schwarz. Ich hätte gerne einen normalen. Oh, der sieht gut aus. Oh, der sieht gut aus. Okay, eins drücken, ne? Habt ihr gesagt, das Favorit markieren. Und dann? Dann kann man trotzdem weiter Page Down drücken, oder? Ja. Und was passiert dann? Wenn du scrollst, die ganze Zeit nicht, gell? Wie ich scroll die ganze Zeit nicht. Du machst echt... Äh, Paltest nicht und her. Du kannst dir den anderen Charakter auch mal anschauen. Du re-rollst die ganze Zeit. Ja, ja, ich roll die ganze Zeit, aber ich will ja den Charakter haben. Ja, ja, jetzt kannst du einfach Page Down wieder. Ja, der ist nicht schlecht. Also Page Down, dann würde ich einfach... ...alle re-rollen außer denen, ne? Ja. Oh, warte mal, sind die die gleichen? Ja, aber der hat ein Bart. Mit dem Bart ist besser. Okay, der gefällt mir bisher am besten. Okay, wir müssen richtig geilen Piraten hier finden. Oh mein Gott, der, den war nicht. Nee, den war auch nicht. Was haben die hier für Piraten, Leute? Okay, der gefällt mir echt am besten bisher. Ich hab, da hab die Euro schon gefunden, ja, wahrscheinlich, ne? Ich hab einen richtigen Eißen, Daniel, warte, ich schick's dir in den Spring. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Eigentlich ne Dame gefunden gehabt, aber die haben das Spiel geschossen, um ihn aufzupicken. Ob man neu gestartet ist, ist einfach der Charakter nicht mehr dabei. Also ich hab zwei Favoriten bisher, guck mal. Das finde ich ja nochmal einen Favoriten dazu. Den hab ich, der ist mega, das. Okay, davon gefällt mir keiner. Ich mach mir noch einen Favoriten und dann suchen wir uns einen von den Favoriten aus, den wir nehmen. Oh mein Gott, so ein dicker. Ja, wie hab ich das Gefühl, dass immer die gleichen kommen, ja? Ich hatte so einen mit einer geilen Frisur, so, beim letzten Mal. Der hat mir ja richtig gut gefallen. So ein etwas älterer Pirat. Aber irgendwie find ich den jetzt hier nicht mehr. Guck mal. Du bist so wahnsinnig hyped auf das Game. Fast schon so doll, wie ich attraktiv bin. Blöd, dass das Spiel nicht für PS4 gibt. Liken. Dank dir für Loots. Ach, herrlich. Ja, komm, nehmen wir entweder den hier. Der sieht so ein bisschen böse aus, der Typ. Oder wir nehmen den. Wir nehmen mal den. Wir nehmen mal den hier. Wir nehmen den Piraten hier. Zack. Ja, den möchten wir haben. Zack, killen. Willst du ein bisschen, keine Ahnung. Machen wir Galleone, ne? Mhm. Muss ich noch irgendwas einstellen? Warte mal, Leute. Ich muss mal eben kurz in die Einstellung was machen. Wegen Sound und so weiter. Was sind die höchsten Grafikeinstellungen? Richtig. Also gehen wir auf Galleone, ja? Ja. Dann komplette Galleolen-Crew, ne? Okay, ich starte gerade. Crew-Buch wird geöffnet. Nice. Auf geht's. Ich bin gespannt. Erlauben, das Mikrofon zu nutzen? Aber sicher doch. Ich will mit den anderen Leuten draußen reden. So einen Freund einladen. Könnt ihr mir einfach joinen oder soll ich euch einladen? Also ich kann mal einfach joinen. Okay, dann joinen wir einfach. Ja, joinen wir einfach über das Xbox-Ding, ne? Ähm. Könnt ihr mich flicken? Ganz, auch mal. Muss doch. Der sieht doof aus ohne Bart. Du kannst später noch Sachen kaufen. Und Charaktere verändern. Auch mit Augenklappe und so. Und mit Holzbeinen und so. Du kannst jetzt übrigens viel mehr kaufen, Daniel. Ja, du kannst auch Bärte, glaube ich, machen und sowas alles. Ja. Das kommt alles später noch. Macht ja keine Gedanken, Ignor. Wir machen uns den besten Piraten aller Zeiten. Zweitbesten, wenn man erst der Beste. Könnt ihr die Mia einladen? Nein, Mia ist nicht bei uns drin. Wir laufen auf Xbox. Und dann auf Daniel. Warte mal, mein Spiel. Ja, dein Spiel. Hallo, Mia. Ja, ihr habt noch da. Ich bin einfach bei irgendwelchen anderen Leuten. Na, hast du was Falsches gedrückt, Mia? Geh da raus. Die hat wahrscheinlich auf Bart da aufs See gesetzen. Ja, ja, die hat einfach irgendwas gedrückt, was wir gar nicht gesagt haben. Ja. Ja. Nein, gar nicht wahr. Ja. Ich komme da nicht mehr raus, es lädt. Wir müssen eben kurz auf die Mia warten. Mia braucht ein bisschen länger. Wie immer? Ja, die brauchen wir ein bisschen länger, ne? Die Mia wieder. Ja, ich nur die Mia wieder. Im Part wahrscheinlich. Daniel, die Mikrofon-Polymer habe ich aber auch bei PS4, liegt wahrscheinlich wegen dem Update. Okay, Sultan, okay, okay. Dann mach auf jeden Fall das Update. Würde mich freuen, wenn dein Mike und dein neues Headset auf jeden Fall gut funktioniert. Leute, wie ist der Sound? Ist okay, ne? Von der Lautstärke, ja, für euch im Chat vom Spiel. Ansonsten würde ich ein bisschen lauter oder leiser machen, müsst ihr selber wissen. Anja, schon in meinem Charakter und hab ich sie geschickt. Hab ich gesehen, ja, ja, hab ich gesehen. Ich hab so einen leicht chinesischen, asiatischen Charakter. Also meiner ist viel besser. Der hat aber so eine Narbe so an dem Auge, so durch die Augenbrauen und dann so am Auge. Richtig nice. Ja. Und Tätowierung. Ja, so eine coole Nike-Narbe hat der. Aber ich werde sowieso noch ein bisschen was weinhalten. Wird geil, ich freue mich drauf. Ich mag das. Wir werden die besten Piraten auf der Welt. Wenn die Mia denn den Start-Button findet. Du hörst fast nix irgendwie. Was hörst du denn? Vom Sound oder was? Soll ich den Sound lauter machen für euch? Müsst ihr mir nur sagen. Soll ich den Sound ein bisschen lauter machen für euch? Oder liegt es nur an dem Nils? Der Jan ist am Start. Hey, wie geht's dir? Wir starten sofort rein. Wir warten noch. Ihr seht ihr einen Freund. Wir warten noch auf die Mia, bis sie es auf die Reihe bekommt. Und dann komplett. Ja. Dann drückst du nicht aufs Segel sitzen. Nein, nein. Dann gehst du auf Windows-Taste. Dann gehst du auf Xbox-Store. Hab ich schon. Und dann gehst du auf Daniel. Mit dieser Banane da. Und dann steht rechts unten. Also rechts unten, wo geschrieben ist. Fast times per treten. Hat's funktioniert? Jetzt musst du noch auf die Ahrdrücken hin gehen. Ja. Oh, die Mia hat's geschafft. Die Mia hat's endlich geschafft. Die Mia mit zwei I. Hallo, Mia. Mia. So. Ich drück auf Segel setzen, ne? Mhm. So. Crew wird angeheuert. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, was es Neues gibt. Aber Mia ist rausgeflogen. Für mich. Nein, nein. Das ist nur ein Bug. Das ist ein Bug. Okay. Alles klar. Jenseits des Rands. Du dich wagen. Was? Jenseits des Rands. Kannst du dich wagen? Nein. Das hab ich zu Ende gelesen. Was steht da unten? Nein. Leuchtet zu den Schiffen helles Laternenlicht, dass die Dunkelheit die Nacht durchbricht. Der Nacht durchbricht. Dass die Dunkelheit der Nacht durchbricht. Okay. Nice. Über und unter den wogenden Wellen werden Schätze dein Leben erhellen. Oh. Lass deine Schritte vom Kompass leiten. Er zeigt dir den Weg zum Schatz der Zeiten. Ich hab noch ein Ladeskühel, ne? Da dauert noch ein kleines bisschen. Ah, jetzt geht's, glaube ich, los. Oh. Ich wache auf. Ich hab so viel getrunken. Ja. Ich hab eindeutig so viel getrunken. Zack. Geld nehmen. Den Deutsch raus. Und eine Banane liegt da auch. Sehr gut. Zack. Banane. So, auf geht's. Wir sind in-game. Kuh halten, um die Auslösung zu betrachten. Bitte. Hallo. Der Horst ist immer früher drüber. Ach so, dahin, du kannst FPS und Ping auch anzeigen lassen, gell? Ja, brauche ich nicht im Stream. Ist okay. Hi, Johnny. Leute, bin ich bei euch aus der Gruppe rausgeflogen? Für mich sieht das so aus. Ich bin wieder bei der Tat von vorne, wo ich sie gesetzt muss. Ich bin aber alleine. Du bist alleine? Mhm. Also, steht nicht bei meiner Gruppe drüber. Meine Kameraden. Das Piratenleben ist so schön. Oh, mit F kannst du den Piratenkodex lesen. Okay. Paragraph 1. Die See ruft uns alle. Okay. Können wir das auch irgendwie wegmachen. DSC. Okay. So, wir müssen die Mia nochmal einladen, habe ich den Eindruck. Wie kann man denn Sachen ablegen eigentlich? Wie wärst du? Also, dass ich gar nichts in der Hand habe. Eben, das frage ich mich, wenn ich auch. Das ging doch in der Beta, oder nicht? Mit Q ging das immer in der Beta. Ach, guck mal hier. Mit rechts hier kannst du was zeigen. Hier. Ja, ja, das will ich mir. Mein Kompass. Oh, warte mal. Bewegt sich mein Mund auch, wenn ich rede, weil ich mein Mikrofon aktiviert habe. Hallo, Philipp. Wie geht es dir? Sag mal was. Was? Nee. Sag mal nochmal. Nein, mach's, ey. Also, schade. Hier, mein Kompass. Hier, schau dir mein Kompass an. Okay, Mia ist nicht drin. Wir müssen die Mia wieder einladen. Mia, was ist los? Wo bleibst du? Ich kann nicht rein. Ich hab's doch gesagt. So, dass ich draußen bin und dass ihr nicht mehr bei mir drinne seid. Wenn ich jetzt Segel setzen würde, äh, Segel setzen würde ich? Ja, dann würde ich alleine rein starten. Ja, was soll das denn, Mia? Komm zu uns. Dann probier nochmal. Meine Crew. Ja, einfach nochmal aufs Spiel beitreten. Andere Crew stumm schalten. Wenn ich bei Daniel auch gehe, sagt er mir nicht, dass ich beitreten kann. Oh mein Gott, man kann Leute ins Schiffsgefängnis sperren. Was? Warte? Wie geil ist das denn? Ich weiß, was mega Neues ist. Nice. Ja, was ist jetzt? Sollen wir nochmal kurz warten, bis wir die Mia reinholen können? Wow, das Spiel sieht so geil aus. Ah, ich kann nicht mehr tanzen mit Z. Mach's mit Y, weil's ne deutsche ist. Deutsch, das deutsches Spiel jetzt. Vorher war das alles englisch. Komm mal, ich schlafe jetzt. Lädt ihr mich nochmal ein, oder? Äh, ich weiß nicht, wie wir dich einladen können. Ich kann die Mia nicht einladen. Ich könnte nur aufs Spiel verlassen, und dann können wir die nochmal einladen. Ja, wir müssen nochmal raus. Okay, wir müssen nochmal raus. Müssen wir ja nochmal einladen. Sorry, Leute. Wird mein, wird denn alles gespeichert, mein Charakter und so, ja, ne? Ja, ja. Okay. Kannst du sehen mit Escape Cancer. Äh, was wollen die? Schicken die gelegentlich E-Mails? Nein, danke. Kein Bock auf E-Mail. So, Galeone. Komplette Crew. Okay, ihr könnt mal joinen. Gibt's das Spiel auf Steam? Wenn ja, kostet das? Und wenn ja, wie viel? Äh, nein, nicht auf Steam. Nur im Windows-Shop. Und, äh, Xbox. Das ist komplett Crossplay, Xbox und PC. Und es kostet, äh, beim Xbox, beziehungsweise beim Windows-Store 69,99. Wechselt der durch von den Mitspielern her? Können wir gleich machen. Lass uns erstmal anfangen zu spielen. Gucken, ob's jetzt funktioniert mit der Mia. Jetzt ist die auch weiter bei mir. Das ist nämlich kein Bug gewesen, ähm, Pippo, vorhin. Ja, aber es sollte normalerweise gehen. Also, es klappt bei jedem. Jetzt ist der Johnny bei mir auch, der Kapitän. Oder der hat zumindest so einen Haken da an der Seite. Warum auch immer. Ach, easy. Du bist aber kein Kapitän. Ich bin Kapitän, stimmt. Also, ich bin Kapitän, ne? Du musst erstmal gucken, dass du überhaupt ins Spiel reinkommst, Mia. Du kannst erst um 20 Uhr oder 20.30 Uhr, ja, okay. Ja, bis dahin können wir nochmal wechseln, klar. Let's kotz. Ja, sorry, Leute, dass wir jetzt nochmal neu rein starten müssen, aber Mia hat's ein paar Probleme gehabt. Tut mir leid. Hier, das Spiel auch vorhin erst runtergeladen. Ne, Mia? Oh mein Gott, wie geil das aussieht. Daniel, komm mit, Mann. Das ist mega neu. Okay. Das ist andere Karte, aber egal. Geil. Einfach nur geil. Das Spiel ist einfach nur geil. Oh mein Gott, wo gehen wir hin? Wo seid ihr? Ich will mitkommen. Du musst einfach den Weg folgen und da runter. Ich fühl mich voller deine. Du bist auch der Kapitän, oder nicht? Also bin ich der Kapitän, Johnny? Ja. Aha. Juhu, ich bin der Kapitän. Juhu. Schau mal da. Der Laden hier. Oh, was ist das? Oh mein Gott. Ich hab Angst vor ihr. Hat die Blut aus den Augen? Nee. Oh, nice to see you. Die wurde halt vom Tiefelwisch angespritzt. Angebote des Seelenordens durchstöbern. Oh shit. Das ist das mit den Borsten, glaub ich. Oh, 0, 0, 0, 0. Das kostet 0. Das können wir alles kaufen. Lass man einfach alles durchkaufen. Weil die andere Sachen kostet, glaub ich, alle 0. Ja. Ja, direkt mal die ganzen Missionen, ne? Damit wir die alle haben. Einmal im Logbuch, ne? Okay. Was will der hier unten? Hallo. Hallo. Angebote des Goldsammlers durchstöbern. Was hat der so schönes? Aber hier kann ich nichts kaufen bei dem. Er ist ab Level 5. Ich glaub, wir haben uns vorgekauft. Ich glaub, wir haben uns die Karten zugekauft. Ja, kannst du aber. Du kannst die weggeben. Du brauchst die nicht unbedingt behalten. Du kannst welche weggeben. Aber wie? Ich glaub, wenn du im Schiff bist. Ja, da kannst du. Ja, okay, da kannst du weg. Oh mein Gott, was der für Sachen hat. Ja, ja. Der ist mega nice. Kompass. Oh mein Gott. Kompass. Oh mein Gott. Admiral, Seadog, Herrscher. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Wie viele Sachen hat er noch hat? Da sind auch Sachen gesperrt, ne? Ja, ja. Das ist jetzt neues Level und so. Oh mein Gott. Wie geil. Was es da für Sachen gibt, Alter. Okay, nice. Okay, wo ist der Typ mit den Klamotten? Wisst ihr das? Ja, da. Da, wo du was eignest. Nee, nee. Das ist ein scharfe Ding. Da oben, nee. Tschüss. Nee. Da, da oben links. More gold. More gold. More gold. Wo oben links? Ach, da oben. Okay. Gucken, was man so an Klamotten kaufen kann. Ja, genau. Hier, Ausrüstung, Stiefel und so. Genau. Ich weiß, wie viele Dinge es da gibt. Who are you exactly? What the fuck? Piratenmode. Oh, Bärte. Da, Igno. Siehst du, es gibt Bärte. Igno. Igno. Guck, es gibt Bärte. Was gibt's hier für Sachen? Da gibt's ein Aluminiumbein. Oh, mein Gott. Stiefel des Herrschers. Wo seid ihr? Fuck, wie geil. Was gibt's hier für Sachen? Goldene Handschuhe. What the fuck? Oh, mein Gott. Die Frisuren. Da gibt's ja so geile Frisuren. Ob man Frisuren und Bärte vermixen kann? Robby will. Ja, ja, kann man. Oh, mein Gott. Wie geil. Let's do that. Mia, bist du noch da? Nee, ich bin noch da. Ich guck mal. Nee, ich bin noch da. Oh, mein Gott. Es gibt auch Sachen, die hier gesperrt sind. Oh, da schießt draußen jemand, glaub ich. Ja, da schießt jemand. Schießt jemand auf unser Schiff? Philipp, du hast geschossen. Philipp? Wie könnt ihr die Waffen wählen? Du musst ja, ja, einfach Mausrad. Ach so, Mausrad einfach. Ich hab nur diese billige Episode hier. Ah, kannst du wechseln, Jonas. Wechsel einfach Waffen, dann kriegst du wieder volle Munition. Du bist zuerst auf dem Schiff, du bist als Kapitän. Nö, stimmt nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich kann keine andere Waffe, äh, doch da Sniper. Ja, das erste ist die Sklave immer dort. Ich behalte aber die Pistole. Ich finde die Pistole irgendwie am geilsten. Kannst du sagen, was du willst. Außer ich. Also sollen wir diese Missionen machen, die wir hier haben? Wir haben so ein paar kleinere Missionen, die wir machen können. Ähm, nee, können wir nicht. Daniel. Warum nicht? Geld verdienen. Wir haben uns das anderes gekauft. Wir haben uns so ein bisschen Bossdinger gekauft. Ja, wir müssen erst mal aufs Schiff gehen und gucken, was wir da machen können. Jonas, kauf mal Karten. Schatz, 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 du einen Karten? Ja. Ja. Oh! Daniel, wo bist du? Komm sofort. Ich hole direkt drei. Ja, ja. So. Wie kann man das Fahrten-Invental lernen? Das was kann man lernen? Das Karten-Invental. Oh, was kann man denn? Was kann man denn? Ah, hier kann man die Ausrüstung kaufen. Da war doch irgendwo noch so eine Frau. Ah ja, da vorne ist sie. Da, da ist eine. Und das ist das Interessantste. Hier kann man, ach, hier kann man Sachen kaufen. Okay, okay, okay. Essen und so weiter, was man braucht. Essen, Kanonen, Kugeln und so. Alles, was man braucht. Okay, nice. Und Aufträge auch von ihr erfüllen. Nice. Dann kriegt man. Und was ist hier? Schade, das. No fucking way. Guck dir an, wie wir unser Schiff machen können. Oh mein Gott. Ich bin für den Löwen, den goldenen. Aber es ist nur meine Meinung. Ja, ja. Ja, ja. Goldene Löwe. Das schwarze Schiff. Schwarz-rote. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Und dann segeln diese Totenkopfe mit den zwei Waffen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, sieht ultra nice aus. Oh mein Gott. Aber es gibt verschiedene, ne? Guck mal. Es gibt einmal für 140 und einmal für 70. Wo ist der Unterschied? Oh nein, wir müssen eigentlich diesen roten Anker anfangen. Oh mein Gott. Guck dir diese Sache. Oh mein Gott. Wuster Anker. Der ist noch gesperrt. Aber der vierte von, der dritte von roten. Der rote Anker, ja. Sieht übelst nice aus. Whatever. Okay, let's go. Man, F muss man drücken. Ich dachte, man kann einfach dranspringen. Gibt's ein Wal-Forn? Ist das möglich? Nein. Du triggerst mich gerade extrem. Warum trigger ich dich? Igno, spiel mit uns. Also. Das Duell mit der armseligen Crew der Silent Rose. Die holen wir uns jetzt, würde ich sagen. Also, ich bin dafür, für die Fahrt abstimmen. Sag, kommt ihr her, für die Fahrt abstimmen. Leute, einmal in die Kapitänskabine bitte, wenn ich bitten dürfte. Willst du mich hinsetzen? Nein, du setzt dich da nicht hin, weil ich der Kapitän bin. Hey, ich geh aber nicht in meine Kabine gerade. Ich geh grad nicht. Die Decke ist so klein. Ich geh grad nicht in meine Kabine. Nice. Das Duell mit der armseligen. Daniel? Ja. Ja. Zeig mir. Oh mein Gott. Was ist das? Warte, warte. Karten entdeckt. Okay. Ich fahre. Ich fahre, Leute. Ich bin der Captain. Ich möchte gern fahren. Ey, Johnny, das ist weg. Dreh mir um. Okay, da ist es. Ich dachte schon, das ist wieder weg. Warum leuchtet die Karte so? Das ist ja richtig geil. Warte, was steht da genau? Die Suche nach Wissen in der Uhr halten Knochen enthält Geheimnisse lang unausgesprochen. Zuletzt gesehen auf Barnacle K. Captain Mary Berry. Okay, wir müssen den Captain... Was hat er für eine Karte bekommen? Guck mal, was der Johnny hat. Wie heißt das? Wie heißt das? Mer... 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 Auf I könnt ihr übrigens direkt eure Instrumente auswählen. Ja, ja. Wie heißt die Insel nochmal? Warte, Johnny, zeig mir nochmal die Karte. Barrington... Irgendwas mit... Warte, warte. Barnacle... Barnacle K. Barnacle... Barnacle... Barnacle K. 70 sind mir zu viel und ich bin scheiß Xbox-Luncher. Und ich hab den scheiß Xbox-Luncher nicht. Den kannst du auf PC runterladen. Ist gar kein Problem. Machst dir kurz einen Account, Igno. Und den Key gibt's schon für 50 Euro. Ah, da. Müsst ich nicht gleich da. Okay. Wo müssen wir hin? Genau, geradeaus. Okay. Also ich würd fahren. Ihr macht die Segel klar. Anker hoch. Ja, mach ich. Crew. Anker liften. Das war gut, dass mir keiner hilft. Vordersegel auf Halbmast, bitte. Wo ist die Mia? Danke. Mia. Wo ist die Mia? Wo bist du? Arbeiten. Hopp, hopp. Ahoye, Landratten. Ahoye, DNS. Das macht so Laune. So war gerade Essen. Gab Döner natürlich zum Dönerstag. Und ist Mia eigentlich eure Küchenmarkt. Ach nein, mein Fehler. Ihr habt ja Pipo. Like und dank dir für Lutz. So, wo müssen wir hin? Was habt ihr gesagt? Nordwesten. Einfach geradeaus. Okay. Macht mal ein Segel. Macht mal das Vordersegel auf Halbmast oder so. Oder zumindest Viertelmast oder sowas. So ein bisschen runter. Guck mal, wir waren da noch gar nicht an der... Pipo, wo bist du? So. Jaja, so reicht von der Geschwindigkeit her. Guck mal, hier ist bei der Insel noch so... Oh mein Gott, das Spiel ist so geil. Herrlich. Guck mal, hier links waren wir da schon? An dem zweiten Stück der Insel. Vielleicht gibt es da auch noch so ein paar Sachen. Haben wir überhaupt Kanonen geladen und so ein Shit? Kann das mal bitte einer prüfen unten? Ich hab nicht mitgenommen. Okay. Dann lade die Kanonen mal in die Dings rein. In die Kanonen bitte. Am besten zwei auf jeder Seite oder so, wenn du nicht genug hast. Ja, ich hab genug. Ich hab so viel mitgenommen, wie es noch geht. Okay, Leute. Also was es anders gibt, für alle die, die schon uns gesehen haben bei der Beta. Es gibt hier jetzt Monsteraufträge. Man kann neue Sachen bauen. Es gibt Online-Spieler, die uns auch hören können. Ich hab mein Mikrofon eingeschaltet und ihr hört die dann auch, wenn die rumreden. Ich hab das ausgemacht. Aber ich hab das angemacht, weil der Stream soll schon mitbekommen, was abgeht. So, jetzt sind wir hier auf rauer See, wie ihr sehen könnt. Oh mein Gott, wie geil dieses Spiel einfach ist. Hammer. So, alles auf der Fall geladen. Kann bitte einer ein Segel unter Kontrolle halten, damit wir immer im Wind bleiben? Philipp will triggern. Gibt's Wale? Ja, es gibt Wale. Es gibt riesige Kraken. Es gibt Haie. Und noch andere Monster in der See, die wir noch nicht gesehen haben. Deswegen müssen wir übelst aufpassen. Okay, Leute. Hat einer die Karte im Blick, wo wir hin müssen? Weil ich hab keine Ahnung, wo wir hinfahren. Einer von euch wusste ja, wo wir hin müssen. Direkt vor uns ist direkt die Dinge. Die hier links oder welche? Nee, direkt vor uns. Achso, die vorne geradeaus. Okay, alles klar. Oh, ich hör Musik. Meistens heißt das, dass irgendwas passiert, oder? Wir fahren gegen den Wind, oder? Ich schwöre euch, wenn ihr die tötet, dann. Ja, rum ist... Oh, wir betrinken uns gleich. Kann man jemand den Link für einen Download schicken? Also für den Xbox Launcher. Findet ihr ihn im Internet nicht. Nein, Igno, pass auf. Geh mal auf Start unten, also auf Windows. Und da gibt es einen Windows Store. Der ist direkt installiert immer. Und darüber lädt ihr ihn runter. Läuft alles über den Windows Store. Welche Insel ist das? Die hier rechts vor uns, oder die da links? Die direkt vor uns. Genau vor uns. Okay, alles klar. Denkt dran, wir haben da zu kämpfen gegen irgendeine Crew. Links von uns ist ein Schiff, glaube ich. Ganz hinten links, zwischen den beiden Bergen da. Wir müssen so ein bisschen ausschauen nach... Barnacle K, da sind wir, okay. Philipp ist mal ein Haustier, falls ihr euch wundert. Der schläft hier vor mir wie eine Katze. Lüfte mal bitte das Segel. Segel liften. Segel liften, bitte. Hoch, hoch, hoch. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wenn ich den Anker machen soll. Warte, warte. Jetzt den Anker, jetzt den Anker bitte. Ist das das? Barnacle Bay? Ja, 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 ja. So, hier nochmal die Karte. Gleich. Okay, hier sind Monster und so weiter. Passt auf. Hier ist anscheinend irgendein großes Monster. Oder ein Gegner. Irgendein guter Gegner. Schauen wir mal, wo der ist. Ich bin da. Oh, oh shit. Mit rechts könnt ihr blocken, hier ist noch mehr. Okay, haben wir. Irgendwo müsste der Typ sein. Der Kapitän, den müssen wir finden. Okay, ihr könnt Holzbatter mitnehmen. Oh. Nimmt Kanonen, Kugel, Holzbatter und so weiter mit. Da ist noch einer. Irgendwo ist der Captain. Mary, Mary, Barry. Mary, Barry müssen wir finden. Was stand auf der Karte? Ich gehe mal hier auf der Seite runter. Hier sind nämlich noch mehr. Kanonenkugeln. Und Bananen habe ich noch genommen. Hier sind noch mehr Bananen und Kanonenkugeln, Leute. Der Kapitän ist bei mir. Wo bist du? Wo bist du? Wir kommen. Oh mein Gott, ich sehe ihn. Aber ich bin geschossen. Schießt auf den Kapitän nur. Erstmal. Okay, wir haben den. Wir haben den Kapitän. Let's go. Hammer. Schaut, dass ihr die Sachen hier mitnehmt, die ihr noch nicht mitgenommen habt. Hier gibt's noch sechs Holzbatter. Und auf der rechten Seite. Erfolg. Sehr gut. Schließ in Seelenorden. Sehverdabend. Geil. Easy. Das heißt, wir können unsere Belohnung. Ich würde sagen, wir machen direkt die nächste, oder? Ja. Kommt mal mit hier, bitte. Kommt mal mit auf der rechten Seite hier der Insel. Da waren noch so zwei Fässer. Da waren noch Kanonenkugeln und so weiter drin. Hier, wo ich jetzt gerade hinspringe. Da konnte... Oh, ich hab ein bisschen Schaden genommen. Hier konnte ich nicht alles mitnehmen. Hier sind noch zwei Fässer. Ich hab alles voll. Ich muss nicht gewalt. Ich mag die töten. Du kannst erst mit Harpune und sowas später machen. Ach so? Ja. Ich glaub schon. Kann ich nicht machen, welche Geräusche. Gibt's eigentlich noch den Bug mit dem Messer noch? Ne, ich glaub nicht. Das ist einfach nur geil, das Spiel. Ohne Witz, ne? Ich hab so Bock auf dieses Spiel. Das ist so Hammer. Ja, was gibt's noch? So, ich geh erstmal nach unten und lade mal hier die Sachen wieder voll. Also, ähm... Hier kann man nochmal die Kanonenkugeln nehmen. Wie war das nochmal Q, ne? Ah ja, okay. Und dann lagern mit R. Das ist mir nur das rechte, untere. Ich hab das linke. Ich hab das linke. Ist egal, was wir eigentlich machen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Also, mit Q gedrückt halten. Dann könnt ihr auswählen und dann könnt ihr mit R lagern. Kanonenkugeln oben haben wir, glaub ich, schon gelagert. Äh, was ich euch vorschlagen würde, ist, guckt, dass ihr immer so ein, zwei Bananen dabei habt. Ich hab ja fünf mitgenommen. Aber ich hab zwei mitgenommen, damit wir ein bisschen Energie haben, soweit. So, die nächste Karte, kann mir die einer zeigen? Johnny, zeig mir die mal. Ähm, die muss noch voten. Achso, die müssen wir noch voten. Okay, dann machen wir das eben. Die müssen noch full tryhard gehen. Ach so, Licht aus. Ja, stimmt. Mach dir Licht aus, ja. Okay, lass mal eben voten für die nächste Karte. Äh, ich mach das eben. Seefahrt vorschlagen. Machen wir das nächste. Das Gerangel mit der armseligen Crew der Wailing Hell. Okay. Zwei sogar. Ja. Okay, warte, warte, Johnny. Komm mal her. Äh, okay, was steht da drauf? Ganz genau. Die Suche nach Wissen in uralten Knochen enthüllt Geheimnisse unausgesprochen. Zuletzt wurde Sharktooth Key heimgesucht. Äh, in Sharktooth Key ist er. Da müssen wir also hin. Den Käpt'n Mad Miss Tina, also ein Mädel, Käpt'n Mad Miss Tina und die ist bei Sharktooth Key. Wir haben hier zwei Karten. Sharktooth Key. So, ja, ich hab beide. Hast du? Okay. Beide am Weg. Okay, ihr könnt die, ihr könnt den Anker lüften, Leute. Beide auf dem Weg geradeaus. Wir müssen auf Norden. Auf Norden, alles klar. Leicht, leichter los. Alles klar, okay. Dann einmal um die Insel hier rum, würde ich sagen. Bei dir gibt's den Windows Store nicht? Wie den Winner, der muss es aber noch geben. Hast du das Update nicht gemacht? Das neueste? So, einmal das vordere Segel, würde ich sagen, auf Halbmast. Wir haben zwar Gegenwind, aber das dürfte sich gleich ändern, wenn wir einmal um die, um die Insel hier rum sind. Okay. Wir bewegen uns. Sehr gut. Wir müssen den Sturm im Auge bei... Oh, guckt euch da oben diesen Regenbogeneffekt an. Hammer. Und der Mond. Ich seh den Mond. Oh. Da rechts. Österreich. Okay, vor uns ist der Sturm, ne? Ist ein bisschen bescheuert. Nordwesten ist der Sturm. Ja. Ich kann da ausschauen. Ich geh mal da oben raus. Mach ne harte Wendung. Wir müssen... Ja, noch ein bisschen nach rechts. Wieso fahren wir immer noch? Nach links, warte mal. Weil du erst in der Mitte sein musst. So, jetzt. Okay. Du musst wahrscheinlich wieder nach links. Ja, ja, ich korrigiere das mit ganz leicht nach links. Ich bin einfach hochgefahren, ohne was zu machen. Wir sind genau Kurs Nordosten. Du hast gesagt, so Nord-Nordosten, ne? Ich schaue auf die Karte. Bisschen links. Ja, ja. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Bewegt mich leicht. Das ist nicht viel, aber wir bewegen uns ganz leicht nach links. Wir haben nur Gegenwind, deswegen ist das ein bisschen bescheuert. Wir sind so ein bisschen langsamer unterwegs. Das heißt Microsoft Store, nicht Windows Store. Okay, Max, Entschuldigung. Gibt es das Game nicht im Store? Doch, das gibt es für 69,99. C of Seaf. Ich sehe nichts. Ihr müsst mir gleich sagen, wo ich rumfahren muss, weil das mittlere Segel ist komplett runter. Ich kann nichts sehen. Nee, passt so, wie wir fahren. Na doch, später muss man sowieso ein Stück nach links. Okay. Nee, es passt so, wie wir fahren. Nicht weiter links. Okay. Ja, wir krachen jetzt genau von der Insel. Ja, ich kann nichts sehen, ne? Ich stehe doch ganz oben. Ja, eben. Warum Kursi? Weil ich nicht ganz oben stehe. Wenn wir jetzt von der Insel krachen, gar nicht nichts sehen, weil ich habe ein Segel von meiner Nase, Leute. Just saying. Ich kann nicht. Aber wenn er jetzt gerade aus was passt, aber wenn du links gefahren bist, oder rechts. Nee, wir fahren genau geradeaus. Ein echter Pirat trinkt rum. Sonst nichts. Ist so. Wenn du im Stutter nach suchst, findest du nichts. Hast du es richtig geschrieben auch, für dich noch? Man trinkt nicht während der Arbeit. Ich bin Kapitän, ich darf das. Wir müssen auch nach anderen Schiffen Ausschau halten und so, ne? Ja, mache ich ihn doch. Johnny, dein Song hört sich ein bisschen falsch an. Ich sehe eine andere Schiffen, aber wer ist weg? Oh, wo ist eine andere? Okay, welche Richtung? Äh, warte, komm. Was ist das auf Fakten? Nord, Süd, Südwesten. Hinter uns. Johnny, siehst du das hinter uns? Guck mal, das Schiff. Ich fand mich. Ich fand mich. Tschüss. Johnny. Wir haben Johnny verloren. Wir haben Johnny verloren. Johnny? Johnny? Johnny, du bist... Johnny. Wo ist Johnny? Wir haben Johnny verloren. Oh mein Gott. Wirf den Anker, wirf den Anker. Full Stop, wirf den Anker. Nee, da haben wir das verschwimmen. Er schafft es schon. Wirf den Anker mehr. Wirf den Anker. Ich bin nicht wieder vom Heig gefressen. Johnny, wo bist du, Alter? Oh. Wir sind doch schon... Wir sind doch da. Shark Tooth Key. Das ist hier. Ich weiß, in welche Richtung wir fahren. Aber wir kommen auf die Insel. Da links, das ist das. Ja, links die kleine Insel. Das ist ein bisschen cool, dass nur ich was mache. Nee, wieso? Ich fahre doch. Links die kleine Insel ist das. Ja, links. Johnny? Ich schwimme schon. Kann man ihn sehen. Ich sehe ihn nicht. Ah doch, da ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen. Johnny! Hier sind wir. Johnny, siehst du uns? Ja. Hier. Juhu. Johnny. Übrigens, guck mal hier. Man kann die Laterne an- und ausmachen. Und ich kann dir ins Gesicht halten, wenn ich will. Du hast Sommersprossen. Du hast Sommersprossen und einen komischen Fleck an deinem Auge. Bitte guck dich mal an. Die ist ungepflegt. Ich? Ich sehe wunderschön aus. Ja, wie lange hast du dich nicht gewaschen? Das ist halt echt so, du Piratin. Mach den Anker wieder hoch. Johnny ist, glaube ich, am Start, ne? Du siehst nachher wieder aus wie ein alter Opa. Mach den Anker hoch. Leute! Anker hoch. Ja, mach doch was, Kapitän. Ich bin hier nicht die Crew, die hier irgendwie Anker hochmachen muss, Mia. Halt mir keine Waffe ins Gesicht, sonst gehst du über die Planke. Ja? Mach einmal. Ey, Mia macht nichts. Nee. Ich mach nichts. Ich hab so den ganzen Anker hoch. Da, 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 da. Dann geht das auch selber weg. Nur im Internet gibt's ja Microsoft Store, aber da hat man ja keinen Lunch davon. Also bei mir ist das installiert gewesen auf Windows direkt selber. Aber nur. Wenn ich dann ein Schlüssel Xbox und den Xbox Insider hab. Ja, aber du müsstest, du müsstest trotzdem, der kann der ja nicht installieren, wie denn? Wenn der ja nicht hat. Aber der ist doch immer drauf, Microsoft Store. Ich bin ja auch kein Store. Was habt ihr für Windows-Version? Habt ihr ja schon mal ein Update gemacht, seit Windows XP oder? Da zieht man die Segel hoch hier. Wir sind viel zu schnell. Okay. So auf Halbmast oder so. Du bist direkt die Links hier schon? Ja. Die Kleine da. Glaube ich zumindest. Okay, Anker. Haut ein Anker raus. Let's go. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich jetzt noch hab. Anker gibt's hier. Oh, ja, ich hör die. Oh ja, hier. Oha. Okay, wo ist der Käpt'n? Oder die Käpt'n? Das ist ne Misses. Wo ist das Leib? Keiner, das seht ihr nicht. Sind wir hier richtig? Ach, hier in der Mitte, es gibt noch so kleinere Inseln hier. Guck mal. Da war ich gerade drauf. Oh ja, ich hör auch Fledermäuse. Unter Wasser vielleicht eine Höhle. Ach ne, da oben sind die Vögel hier oben. Da fliegt er mal so über uns. Ist halt immer eine Höhle automatisch da. Warte mal, zeig mir noch mal. Da steht irgendwas mit Knochen und so. Das ist ja vielleicht ein Rätsel oder so. Auf Suche nach Wissen im uralten Knochen enthüllt Geheimnisse lang unausgesprochen. Gehütetes Wissen geht endlich zurück. Okay, irgendwo muss die Olle sein. Muss aber nicht das heißen, dass sie da ist. Weil da stehen wir zuletzt, wo der Shark2Key heimgesucht hat. Genau. Und hier war ja auch ein Gegner, haben wir ja gesehen. Hier war ja einer. Einer, ja. Da vorne? Warte mal, es gibt ja noch mehrere Inseln. Was ist mit der Insel da vorne, die direkt hier ist, die da so ein Loch in der Mitte hat? Was ist mit der? Die ist relativ nah dran. Oder hier geht direkt gegenüber diese komische Berge, die da rausgucken. Daniel ist doof. Ey, Igno, ich kann auch nicht dafür, dass das... Ey, ich bin überhaupt nicht doof. Ich kann auch nicht dafür, dass das Spiel nicht auf Steam ist. Aber so ist es kompatibel mit Microsoft und mit Xbox. Also kann man es zusammenzocken, was ziemlich geil ist. Okay, Leute, wir müssen irgendwo diese komische Misses, diese Käpt'n finden. Wo könnte die sein? Ich weiß es nicht. Glaubt ihr, das ist der Shark2Key hier? Naja, ich hab auch nicht nachgeschaut. Das ist der auf jeden Fall. Also die wurde zuletzt hier gesehen. Das heißt aber nicht, dass sie hier ist. Oh. Kann auch eines der nächsten... Ne, 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 sie hat zuletzt Shark2Key heimgesucht. Nicht, sie wurde das jetzt gesehen. Ah, jetzt schauen wir den Käpt'n an. Ja, das heimgesucht. Was mit dem? Von dem Zett? Namen? Käpt'n Cheat Daniels. Deiner bewegt so seinen Mund, als wenn er Chips essen würde. Okay, shit. Wo haben wir die Olle? Guckt mal Richtung Nordwesten. Da steckt das so ein Berghaushil. Da eventuell... Richtung Nordwesten. Richtung die Spitze dahinten. Ja, den hab ich gedacht. Oder pass mal auf. Guck mal nach Südosten. Ja, das könnte auch möglich sein. Warum mal... Das muss ich mal abklappen. Sollen wir da mal hin... Wisst ihr, was uns fehlt? So ein kleines... Wohin gehen? Oh mein Gott, wie tief dieses Wasser ist, Alter. Nordosten, Norden. Wie greift ich das jetzt? Das ist, weil du hier in der Nähe von der Insel bist. Okay. Ja, grad eh mal, als ich untergegangen bin. Okay, wo wollt ihr jetzt hin? Was ist euer... Was ist euer Ziel? In Nordwesten, würde ich sagen. Nordwesten? Willst du echt da hinten hin? Wir müssen dort Nordosten. Die links, die Insel, das Ding hier. Meinst du das? Oder welches meinst du? Oder wo willst du denn? Nordosten. Hinter uns. Dann Nordosten, unten auf die Karte. Da ist nämlich unser Arm recht. Okay, dann lass uns erst die andere machen. Okay, dann suchen wir die. Wir müssen Daniel töten. Nein! So. Ich mach mal direkt hart rechts. Soll ich das einfach machen? Ja, ja. So weit rechts, wie es geht. Rechts die Insel. Ja, ich hab auch gedacht, dass das da oder da die Insel ist. Aber wir gehen jetzt mal zu der Insel da hinten, wo die meinen. Na, guck mal mal. Nein, noch nicht. Wir müssen noch einmal komplett um, wenn du hast ja gesagt Nordosten, oder nicht? Ja. Achso, davon ist es nicht. Müssen wir noch ein bisschen weiter. Ich schau ja gerade im Liegen. Im Liegen? Also ich schlaf jetzt mit. Schlaf gar nicht, ich lieb nur. Ey, Igno! Was kann ich denn dafür? Hol dir Windows 10. Das ist dann kostenloses Upgrade, was du machen kannst. Als ob Igno Windows 7 war. Windows 8. Oh nein, kommt noch schlimmer. Aha. Hast du auch Windows 8 mehr? Nein, natürlich nicht, aber fixe. Über einer Windows 8 hat. Diese kleine Insel hier vor uns. Mensch, ich fahr mal eben. Ja, genau. Okay. Guck mal, das ist ein bisschen rechts einlenken, damit wir nicht direkt davor fahren. Ich frage mich, wo diese Misses ist. Die muss auch hier irgendwo in den Gewässern sein, hier in der Nähe. Übrigens der Storm hinter uns, ne? Oder wir sind mit, ja, mittendrin sind wir eigentlich. Ich meinst du da, sind so dazwischen irgendwie. Wir bewegen uns halt super langsam, ne? Wegen dem Wind. Da ist ein Schiff. Wo, wo, wo? All geradeaus an der hinteren Insel. Okay. Oh ja, ich sehe es, ich sehe es links, ne? Ja, ich sehe das. Links tatsächlich ein anderes Schiff. Da, wo die Wolken so aufbrechen, linke Seite. Ich glaube, die stehen da hinten an der Insel, machen irgendwas. Ja, die stehen. Nein, nein, du musst nichts neu installieren, nein. Aber es wird gespeichert, Ignor. Ich habe auch das Update gemacht. Schon ein bisschen länger her, aber. Hi Nils. Ich geh mal ein Bierchen aufhören. Ja, und was, wie würde ich denn mein... Ich habe das eigentlich so ein Brecher oder nicht? Wo ist denn? Ja, Q und dann F. Q gedrückt halten und dann einmal F. Ja. Shiver Retreat, ist das das? Wo wir hin müssen? Ja. Ja, ja, ja. Vor uns ist immer noch das Schiff da hinten links. Sag, wann ich das Anker... Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Er hat das Wort schon gemacht. Ah, okay. Manchmal sind die Insel mega, mega bad rauskostig. Ja, ich weiß, was du meinst, aber... Ich glaube, da ist es auch nicht zu. Weißt du, was wir brauchen? So ein kleines Boot noch. Das wäre richtig geil, wenn es das gibt. Soll ich das machen, Alter? Wie lange dauert das? Ein Update auf 110? Ich weiß nicht. Also bei mir, mit dem kompletten Rechner neu installieren, hat es 10 Minuten gedauert. Hab's gesehen. Habt das Tier gesehen. Ein Schwein oder so. Ein Schwein. Ein Schwein. Hinter die ersten Dings. Pass auf. Das schon. Hallo. Ein Schwein. Das ist ein Schwein. Da. Ein Schwein. Ey, der kämpft mit mir. Aber das ist ein Schwein. Ein Schwein. Hier ist noch ein Schwein. Ey. Ich hab ein Schwein getötet. Ja. Dann will ich das auch kriegen. Hier ist noch eins. Leute, hier ist noch eins. Schau. Ein schwarzes unter dir. Ey, hier ist ein pinkes Schweinchen. Hier. Hier. Ja, wir haben's. Wir können das fangen, Leute, ne? Übrigens. Aber ich sag, nee, lass mal einfach warten, bis der Käpt'n kommt. Ihr müsst die fangen. Ihr müsst die fangen. Wo fängt man die denn? Äh, wenn du die Quests hast, fangen wir aus in den Käfig. Du bist irgendwie so traurig. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Die Musik ist gut. Ich weiß auch nicht. Okay, irgendwo hier muss der Käpt'n sein. Wo ist der Käpt'n? Da. Da ist der Käpt'n. Da ist der Käpt'n. Vor uns. Hier, 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 hier. No, shit, shit, shit. Ich hab keine Munition mehr. Shit, shit, shit. Oh, der hat mich übelst get... Oh, der hat mich übelst get... Oh, der hat mich übelst get... Oh, ja, wir haben ihn. Du bist betrunken. Du bist schon wieder betrunken, mehr. ihr könnt die fangen ihr könnt die fangen nicht töten ihr müsst die fangen ihr müsst die fangen wird sondern es gibt so ein gitter dafür wo man die fangen kann ja ich glaube schon ja die schädel müssen wir später abgeben dafür kriegen wir was haben wir zwei schädel noch kann das mal zum boot zurück wo die anderen typen da kommen captain jack denn jetzt wäre besser gewesen jetzt hole ich mir erst recht nicht wenn meine arme schweine getötet ihr teek weder anzeige ist raus was hast du eine leitung das runterladen dauert vielleicht ein bisschen länger das installieren hat bei mir fünf bis zehn minuten gedauert geht super schnell also mit ssd und so geht das eigentlich ja wir müssen jetzt noch diese eine da finden man kann übrigens wieder beitreten schon die unten ja ja liegt einfach irgendwo hinlegen wir müssen hier nur gleich abgegeben ne ne das ist das die beiden erst und die beiden ok uns fehlt jetzt noch einen toten kopf ja jetzt fehlt jetzt fehlt uns noch ein jetzt fehlt uns noch eine wo finden wir die rolle ja ich bin ja noch wieder noch reingetragen ich bin rausgeflogen und wieder reingetragen ja nice 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 also hier leute pass auf wir müssen zu märtin aber shark tooth johnny kannst du das irgendwie höher halten ne ne wie kann man sich bücken geht das weil ich da unten könnt ihr das da unten lesen was da ganz unten steht guck mal mir ganz ganz das geheimnis das geheimnis lüftet und mit reicher beute entzückt da vorne ist ein schiff da vorne ist ein schiff links von uns die fahren da auch rum die sind gefährlich sind klein und wendig und so aber die haben nicht so viel feuer power wenn wir die gut treffen sind die am arsch ja wenn drei leute an den kanonen sind dann bringt das was so dann können wir drei leuten beim ballern und gleichzeitig gut manövrieren liegt nur meint das spiel ist es nicht wert dafür in windows 10 ab jetzt zu machen darum ist es ja kostenlos damit sie noch mal überwachen können er macht so nicht weil ich ein pc zu schlecht wir haben so kommt hier hat keine lust wo wir hin wollen wir jetzt den shark wird noch mal besuchen jetzt sind wir sowieso fertig ne sind wir nicht wir brauchen noch einen ja weil ich schlafen musste also ich fahr jetzt nach links hier links um wo wir herkommen im grunde genommen weil da vorne steht oder stand ein schiff an diesem spitzen berg da sind die vorbeigefahren nach ganz links wo war wo war denn der shark tut da links ist das schiff links ist das schiff links links von uns ganz links ganz links frage was machen wir hier die insel schießt glaube ich auf uns oder fahr mal da mal nicht hin wo ist die olle hin ich fahr mal nach rechts weil sonst haben wir genau in den storm rein da links stehen drei schiffe leute ich will immer ganz schnell was aufsetzen ja mach mal was mit der insel vor uns da ich frage mich wo die nur diese kapitänin ist könnte man so eine sitzung machen darüber reden was andere leute über euch wissen können und wie viel daten die eigentlich preis gibt ja ja ich weiß das aber das machst du ja auch ich nur könnte aufhören mich anzukotzen weil ich kann nichts mehr sehen ich weiß nicht wer wird der idiot das gerade gemacht hat aber ich kann nichts sehen absolut null ich habe kann ich sehen jetzt erst wieder so jemand hat mich angekotzt habe keine sicht jetzt kann es wieder geradeaus denken geradeaus und jetzt ein bisschen links aber nur ein bisschen oh bisschen nach links und jetzt wieder geradeaus oder weiter nach links weil man neben links 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 drはなгов wollte da hin oder was wir nehmen die beiden warum piraten was warum fahren piraten nebenkreis weil sie piraten ist hier irgendwo eine leite ayer da oben ist ein schiff drauf wie geil ist das hat der hier so feines und was ja da ist ein heil da ist ein heil ja du musst hinten bei dem schädelsammler abgeben glaube ich dass ein typ ja der hier unten glaube ich würde ja hier und ja hier macht der blaue ja 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 wir haben gerade die toten schälen quest gemacht von daniel mir nice 231 151 nice jetzt kommen bei dem eigentlich was kaufen hier wir könnten armselige bucco betz gehorteter notgroschen wir könnten sich mal zwei kaufen damit wir ein paar zwei schätze finden ja macht sinn oder 0 0 ja schon auch keine mehr ich hab die gold schon wieso ist doch egal was ich wieder keine rolle sind die weg bei mir wird hier eine kug man kann nicht zweimal die gleichen machen kann man hier noch andere sache machen hier oben kann was für das schiff kaufen nice ja wir haben die beiden dinger verkauft schon man kann absolut gar nichts kaufen das ist so teuer alter 10.000 wir müssen zu den guten missionen kommen dass man die schad suchen er habe jetzt zwei stück schnell ausgehört ich glaube hier gerade mal rum über die insel problem bevor wir nicht level 15 kriegen wir nur die missionen also hier kann man keine keine klamotten kaufen weil hier in dem ort okay schade doch kann man lieber rein oder hier oben links oben ja okay got a problem got a problem oh nice ich glaube ich gehe meinen bart holen neun australien eine augenklappe kann man auch holen mit neun 1 drauf oder will er aber das sein soll was für sachen gibt aber ich glaube ich muss man warten mit ordentlich aussehen und einmal anziehen woran man bärte anziehen kann daher an der kleider oder so daneben habt auch schon sachen gekauft oder ja ja ich bin gerade dabei habe ich doch das lachst du das ist überhaupt nicht ja das laberst du meiner ist voller geile pirat ja ich habe mir so eine augenklappe für einen köln gehört aber du musst dir links anziehen jonas oder rechts gibt es ja am schien ich mag den der sieht geil aus der bad ist gut hey kauf bubs jetzt was ist beruf kann meine augenklappe nicht anziehen doch kannst du in beiden kisten also aufzuschneipen lass das aufzuschneipen du leuchtest wie eine sonne leuchtest du wenn du es hat einfach gar keine items mehr wusste mir ja er muss sich oh mein gott wir müssen unbedingt geld sparen und das schiff geil machen wir brauchen so kleine boote gibt es sie nicht ich hoffe mit einem schuss rum mir ja ich hoffe auch dass du den tegel macht das mit rum könnte die mir hören leute im chat weil ich kann die super leise nur hören deswegen was denkt keine sachen ich mach mal eben hier den abbruch kurz mir wenn man nicht viel auf der stelle kommt mal herbericht mal eben recht mal eben die mission hier ab damit wir den anderen machen kann kann ich die neue vorschlagen hier die hier vom abendseligen bukobetz müssen wir jetzt den notgroschen finden nice mir läuft wieder in unterwäsche herum ich kann das nicht karten entdeckt erst mal gucken wo wir hin müssen warte haben zwei karten jetzt erstmal hinter uns hinter uns ist zeugs auf dem einfach im wasser ja hinter uns treibt was da sind aber davon ist das schiff oder nicht oder meine ich das nur südwesten ist ein schiff leute glaube ich doch 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 ist ein schiff wo schaust du hin das ist die insel was ich schon gesagt habe das ist ein schiff mehr aber die stehen da einfach nur das sind schiffe ja aber es sind schiffe guck dir doch mal an die haben segel sind drei schiffe die da stehen die mir hat schon recht was sie meinen doch mal richtig heißt übrigens ja ja das kann man auch schiff ich habe keine waffe ich kann nicht schießen ich kann die aufladen wo kann man die waffen aufladen wo ist der waffenschrank dahinten ich lasse mich gleich sterben er macht das kann man die auffüllen die waffe wieder hier ja ja einmal drücken dann bist du vollgeladen jetzt gab nach oben wo bist du johnny ich lasse mich ertrinken nein johnny wo ist die loot wo ist der loot du bist der ältere du bist überhaupt nicht der captain du bist derjenige den ich gleich austausche für nils dann schauen wir wie viel captain du bist sei doch auf deinem eigenen schiff der captain schauen wir mal wie wir vier dich dann fertig machen du captain deinem eigenen kleinen schiffchen ich kriege deinen ass ja ja bis ich klatsche ich bin beeindruckt von dir ich zeig dir mal kurz wie beeindruckt ich von dir bin warte ich habe ein tattoo tschüss bis ins nächste leben ist gestorben ja er ist captain iglo ich jubel immer noch weil das geil ist erst österreicher wasser österreich hat nicht mal wasser um sich herum und er meint er ist ein pirat aber blabla nicht mal kolonien gehabt ja ja ich habe das ich habe so offen links verboten habe ich dann schlüssel glaube ich ja deine post sind folgt groß wo guckst du hin ist sie ihre ziel voll hallo warum bist du ganz vielleicht schauen weil ich mir einfach ein bisschen erst mal bis ins tier 3 mache ich noch so zwei schatzmissionen die wir hier haben warte warte kurz du bist ein johnny wo bist du mir schon johnny du hast ne augenklappe johnny johnny augenklappe reflex ja aber wirklich eine große oberwerte er ist noch so jung er darf nicht gucken das verträgst du doch gar nicht okay wenn wir noch kurz rumstehen ich habe noch gar nichts markiert ich habe noch gar nichts markiert dass wir zu dem ersten schatz schon mal gehen wir haben zwei karten bekommen vielleicht machen wir ein bisschen kohle noch vor allem ich glaube später auch die karten die du kaufen kannst bringen richtig kohle ich komme links oben wo wollte er hin links oben erstmal hier raus manövrieren gleich macht ihr den anker hoch bitte mia ja ich mach mir macht gar nichts mir steht nur rum mia mia bewegt dich hört einfach nicht man kann jemand ins gefängnis machen man kann dafür voten aber wie es c meine crew und dann kannst du auf die leute drauf gehen und dann crew mitglied für das einsperren stimmen ich weiß noch nicht wohin die haben wir noch nicht gesagt wohin es geht aber wir fahren schon mal los erstmal hier raus manövrieren ok wo war dahin ich kann nicht da rein ich bin ins gefängnis ich weiß nicht woher piraten weinen nicht sie heulen rum liken dank der pelots leute welche koordinaten wo müssen wir hin ich versuche noch ok erst müssen wir mal nach westen zu westen also genau in die andere Richtung ok mit schmiedert schark tuki na erster ja ok da ist auch ein schatz haben wir die eine mission noch dabei von der ollen ne 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 doch ne ne haben wir abgebrochen ne vip und coins ne coins habe ich nicht drin bei mir im chat ich mag das nicht immer so zugespampt dann mag die kunst ich gehe mal bitte hier weg philipp nervt mich nicht so sehr alter er ist so eine harte nervensäge der philipp das ist so krass das geht aber das weiß auch egal sein und macht einfach von dann die ganze Zeit ja ich esse chips aber johann ist doch vielleicht liegt das daran dass ich das mikro aktiviert habe bewegt sich deswegen mein mund Ne, ich habe sie ausgemacht. Du meinst ja, ich habe ja auch so zufrieden. Bestimmt, hast recht. Nein! Boah, bist du? Ich hab was gemacht. Ich hab mal gemacht, dass wir ein bisschen schneller fahren, ne? Richtig schnell. Wir sind richtig schnell gerade. Und Daniel? Ja, bitte. Soll ich da ein katzieren für ihn? Nein, nein. Nein, nein. Geht mal bitte auf ESC, meine Crew. Geht mal auf den Pippo. Und dann geht ihr ja für Einsperrenstimmen auf Ja. 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 Du auch Mia? Also meine Crew und dann? Auf seinen Namen und dann für Einsperrenstimmen auf Ja. Mia schaffst du es heute noch, oder? Alles. Pippo wurde ins Schiffsgefängnis geworfen. Bist du jetzt da drin? Ist er jetzt da unten drin? Ja! Ah! 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 Oh! Saugen! Saugen! Ist er echt da drin? Warte, ich guck mir den mal hier an. Ja, ja. Saugen. Ganz unten war das, ne? Kommt mal nach ganz unten, nach hier. Jonas, spiel auf bitte. Ey Leute, wir müssen da oben. Das Schiff fährt alleine. Ich bin der Captain, das Schiff fährt alleine. Wer kennt das? Wir sind aber sau schnell unterwegs, ohne Witz. Schießt da jemand auf uns? Ist wahrscheinlich bei der Pippo. Hört ihr das? Mhm. Da schießt jemand auf uns. Hinter uns, glaube ich. Der Pippo schießt. Ach, der Pippo ist gut. Hä? Gar nicht. Glücklich. Ist das der Pippo? Ja, ja. Ah, ok. Wo müssen wir hin, Leute? Ich schaue. Ich muss kurz wegschauen. Sonst werde ich auch noch schwierig, wenn der... Hier diese kleine Insel? Oder wo? Also... Nee, noch weiter raus. Das hier ist Shiver Retreat, da müssen wir nicht hin, ne? Ja, einfach geradeaus und etwas weiter links. Siehst du das, ne? Ja, diese kleine da vorne. Ja, ja, ok, ok. Ja, ja. Ok. Auf... Ja, Süden, Südwesten. Jo, alles klar. Ich will mal ganz kurz Lulu machen, ok? Ok. Ich bin mal gespannt, ob wir jemals ne Krake hier sehen in dem Spiel. Oh mein Gott. Ich will nicht, dass sie uns ruft. Dann schwimme ich aber nach Hause. Was mit Philipp? Ist der mal unten drin? Ja. Wie könnte man den wieder rausholen? Wieder denselben, nur auf den Nein drücken. Ja. Egal, ich schnafe. Er ist halt einfach unten eingesperrt, der Philipp. Wie geil. Ok, lass den mal wieder raus. Wir freilassen stimmen? Ja. Muss der Johnny auch noch für stimmen gleich. Die Wade sollen leben. Ja, aber die Krake nicht, oder? Soll ich mir ein Mal sehen, dann töte ich den mit eigener Hand. Wenn ich mir kein Mal sehen, ist das gut. Ohne Witz, das hat so ein Piratenspiel richtig gefehlt, ne? Ja. Ja, so. Noch die Tiere. Die nur zu schauen. Wir holen uns jetzt den Schatz hier auf der kleinen Insel. Ok, wir sind glaube ich da. Shark to the key, genau. Hier, du kannst schon mal die Säge langsam hoch machen. Hmm. Das ist nicht möglich. Ich will den Anker jetzt gleich rausschmeißen. Hey, die da spielst du das auch? Ok, Daniel ist safe nicht. Oder Daniel, kennst du das? Six Men's? Six Men's? Ne. Anker raus, Anker raus, Anker raus, Anker raus. Das sind so wie Rocket League Screams. Hallo. Anker raus, Anker raus. Johnny, wem er dafür, dass er wieder raus kann, der Pippe. Ok. Hier auf die, hier müssen wir raus, ne? Auf die Insel, oder? Was haben wir hier? Kanonenkugeln, sehr gut. Okay, reich, du wohnst. War es denn der Inbegriff der Schönheit, genauso wie ich? Da hinter dir ist einer. Ich seh's, ich seh's. Stein, stirb. Auf die Insel. Wo soll die, äh, wo soll der Schatz sein? Einmal bist du? Zeig ich dir grad. Hier, komm. Warten, Mia mach mal bitte Licht. Mh, Sekunde. Oh, so. Oh. Tippel, wo weiß ich einfach wo alles ab. Schulle ist doch nicht. Nee. Ich kann Kabel diesen. Ich nehm die so wohl. Ah, wie wird er mich so geschubst? Oh, ey! Der Angebloppy. Ich guck dich. Ist nur irgendwas zum Mitnehmen? Oh, ey. ich bin der kapitän ruhe jetzt ich will gar nichts hören ich will gar nichts hören ich höre auch das schweinchen wir müssen die kisten hin einfach hier auch aufs bett wichtig stelle ich die ab die kisten blockt mich links aufs bett erwartet niemand aber nicht so warum nicht so so auch zunächst der philip mal wieder die abbruch der fahrt stimmen also wir machen jetzt die zweite wohin geht es da in diese richtung gibt wir müssen genau einmal umdrehen und dann richtung norden bisschen nordwesten ich mach mal eine harte drin haben wir rücken wird dann dürfen wir schnell sein mir das bringt nichts wir drehen das lösen habt ihr socke dieses monster geräusch da was auch immer das da war nord nordwesten ohne witz hört er das hier so okay sind wir mal schnell unterwegs ist gut ich sehe mir richtig da habt ihr gehört bisschen dreh ja ja das war so ich meine es war so 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 ist okay oder von der von der richtung her ich muss eigentlich ein bisschen schiff wo wir machen wir doch keine ahnung was wissen wir von matrose war das sind wahl ja es können wahl sein es kann echt wahl sein ich springe jetzt ins wasser ich will dich töten ich komm mit ich hab doch nicht dass wir auf euch warten einfach mal random ins wasser schießen ob sie uns zu nahe stehen das ist falsch wir müssen uns hier also wir müssen einfach vorbei ich werde da vor uns ein schiff nordner direkt vor uns in nordwesten ja direkt vor uns da hinten wo der blitz gerade eingeschlagen ist okay ich gehe mal hoch da habe ich ja besser oh mein gott johnny fall nicht runter bitte ihr sagt mir wo wir hin müssen ich weiß einfach geradeaus erst mal haut den pippo wieder ins gefängnis oder die wahl in ruhe lassen das ist ein kleines schiff wo wird das sind da kommt das auf uns zu oder wofür das sind macht die kanonen bereit macht die kanonen bereit linke seite kanonen bereit linke seite alle kanonen bereit ich fahre relativ frontal auf die zu so dass sie uns nicht vorher abschießen können ja wie können wir gehen nach links wir sind dabei wir haben ja die haben wir am rückenwind die nicht ich leg nach links wir fahren relativ frontal auf die zu her sie wollen uns beschießen die wollen uns beschießen ich war frontal auf die zu ihr müsst rechts die kura die bereit machen auch ein bisschen ich sehe ich sie wollen die wollen schutz nehmen dann wir bleiben stehen und machen die kanonen bereit ich mache harte rechtsdrehung hat ganz harte rechtsdrehung links die kanonen bereit machen okay jetzt 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 anker und schießen wo welche seite welche seite sagt mir wo rechts naja ich sehen hat noch nicht hat noch ein hit ist tot ich komme ich komme mit zum schiff das wasser das läuft voll das schiff deren schiff der schiff geht unter deren schiff geht unter wir müssen zurück ja wir müssen zurück philipp die haben keine schätze ok schau nach ich einen nur einen nur ein haben wir gekillt das schiff geht sofort unter das heißt wir haben den gekillt aber achtet trotzdem darauf nicht dass uns weiter irgendwo rum gammelt aber das war gut aus gut gemacht wo ist er wo ist er bei der hatten okay dass das immer noch da hat noch ein hit geht er hat ab das sind das ist okay ich gehe mal eben kurz die munition nach land von meiner piste weil ich habe nur zwei schuss okay let's go haben wir gut gemacht leute haben wir gut gemacht hatte der was ne der hatte leider nichts ich habe ein paar kanonenkugeln mit ach so ist stimmt ich muss mir eben eine ladung hier unten abliefern damit ich das nicht vergesse alter ich mache das habe die ganze ladung dabei hier haben wir müssen abliefern ja okay paar bananen abliefern hier müssen nach vorne und nach rechts bisschen ganz leicht nach rechts siehst du aber jeder auf der karte da ich komme hoch nach vorne und nach rechts hat er gesagt anker ist ja ja wir haben den anker ausgeworfen damit wir direkt gegen die kämpfen weil diesen ausstehen geblieben wir müssen nach vorne und nach rechts hat er gesagt wo achte welche insel direkt hier vor uns die oder welche müsste gleich mal gucken sehr gut erstes schiff versenkt nice ich mache direkte extreme rechtsdrehung ich weiß nicht genau wo ihr hin ist aber ich will nicht in die in die buchte rein vor uns nach links okay der warte 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 okay das geht nicht auf warte mal warte mal ich mache mal eine große drehung nach vorne war mal ein bisschen geradeaus und dann drehe ich einmal komplett rechts umdrehen okay jetzt machen wir eine komplette rechts umdrehung 180 grad jetzt kommt das schiff ist riesengroß wir brauchen so ein bisschen auslauf ob das gerade auch das war mega knapp gerade mit dem stein ich weiß nicht ob das jetzt aufgeht was wir hier vorhaben das war das schiff was wir die ganze zeit gesehen haben oder was wir abgeknallt haben er verfolgt nicht aber ich weiß nicht ob das aufgeht was ich ja vorhaben ja links werden auch schon mal gewinnert die riesen insel zum und können wir ihn an kann man auch setzen er geht auf geht auf gelockt ja dürfte aufgehen wir drehen extrem hart rechts wenn wir jetzt guten rückenwind kriegen müssen wir die ja nach sie gut aus hier rechts die insel müssen diese spitzen steine oder die dahinter oder die oder die vor uns die nordwesten da jetzt gerade aus ja die spitze insel hier wahrscheinlich oder oh mein gott okay ich versuche da durchzufahren haltet euch bereit falls wir irgendwas flicken müssen ja ja okay okay wird schwer da rein zu manövrieren ich probier's ich würde die säge auf halt macht jetzt das nicht zuschneiden ja ja mach die säge mal falten hast ja genau eine gute idee mal langsam da rein das spiel sieht mega geil aus oder hammer mega gerne wenn du eine gute crew hast macht es auch richtig laune gerade zum beispiel einen schatz gefunden wir haben wir haben schon versenkt leider hat er hatte der typ nichts dabei ich habe der war einfach nur auf see unterwegs mit einem kleinen schiff und hat versucht was zu gucken da wollte uns glaube ich plündern war nur ein also wir haben den gekillt im wasser philip und ich und dann dann ist ein schiff untergegangen was so viel heißt dass er tot ist oder dass die crew tot ist da hinten ist ein schiff johnny vor uns nordosten das ist derselbe wo müssen wir sind hier rechts oder direkt hier hast du die palmen da ja ich sehe ja ich sehe es okay ich halte mal direkt drauf ich gucke dass ich ein bisschen rechts rede mit war direkt dann da rechts raus können gleich ja bin ultra langsam unterwegs ja genau danke ein bisschen geschwindigkeit brauchen wir nur ein bisschen aber ich war die ganze zeit da da vorne ist das schiff wieder philipp noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht ich will ich muss erst mal drehen ja ja ich drehe gerade nach rechts damit wir gleich wieder raus können weil das ist hier drin in diesen steinen das mega jetzt kann es gerade machen ja nenne ich will hier rechts raus gleich das offener ich weiß schon wie man das schiff wird jetzt ganz raus da links ist das schiff von uns habt ihr gesehen das gegner schiff aber wir müssen uns bei ihnen bevor der kurs auf uns setzt der hat uns nämlich gesehen ich weiß nicht der hat ein kleines schiff der kommt hier schneller rein und der kann auch schneller fahren was sagen piraten wenn sie nach einer langen fahrt wieder nach wieder mal trockenes gras sehen ahoy oh mein gott ich sehe es warte warte nicht kill zwei stück 23 wo ist die dritte im wasser die sterben die nicht wir können wir können nicht sterben okay dann lassen oh mein gott wir müssen schnell hier weg wenn wir die haben wir müssen schnell nach hause vor der einer idiot da kommt mit seinem let's go let's go let's go ab nach hause der ganze screen ist blau dann bist du vergiftet ne okay krass holy shit es ist ja auch neu die schlangen sind neu schlangen schweine holy shit hühner ja was muss man ein lied spielen oh das kann sein ey vielleicht kann man ein lied für dich spielen aber wir haben keine zeit können wir später machen wir fahren jetzt nach hause und bringen die beiden kisten nach hause aber wir kriegen ordentlich geld dafür markiert die links weil ich weiß ich habe das schiff aus den augen verloren wir können zum nächsten aus der ist wo nordost okay da war der aber auch okay gut dann fahrt okay ja ich fahre ich fahr jetzt hier rechts raus und fahr danach ja wenn ich hier wenn ich hier durch wenn ich das funktioniert die schlangen waren ja mal krass ich habe die einem wasser gar nicht gesehen ja ja die leuchten so hart naja ja ich sehe es die bewegen sich da alter ich kann einer dem helfen mit dem anker weil das braucht sonst ewigkeiten weil mir steht immer nur das ist ja nicht die ganze zeit um die sägen nach dem schiff direkt links die insel ist ein autos da rechts sie ja rechts das ist die mit dem schiff oben drauf naja ok hier links ist hier links ist irgendwo der das schiff wo auch immer das rumpf hört da ist es doch ich sehe das schiff da links das ist auch ankeit das anker links an der insel ich weiß nicht wir haben wir haben schätze an bord ich will es nicht riskieren wir holen uns den danach ja er hat nicht geschossen er wollte uns einfach plündern ja jetzt vielleicht schon den sniper schluss ab er ist auf der insel wahrscheinlich gemacht gerade müssen aber wir sind schon gefährlich als vierer team das haben nicht viele nicht viele leute sind als vierer team unterwegs aber ich sehe nicht so viel von der insel durch rechts oder links herum ran fahren müsste mir gleich sagen weil ich sehe nichts wegen segeln aber nicht mehr jetzt wieder gerade aus und ein bisschen links wieder wieder aus der hart ja ein bisschen mehr da links wir dürfen gut drauf kommen willst du da links rein willst da links rein meinst du mach mal das segel ich sehe nix macht das segel ich sehe nix jetzt dreh voll nach rechts holy shit habt ihr die beiden kisten ihr geht kurz ich muss mal ganz kurz das spiel neu starten du musst das spiel neu starten okay oh mein gott hatte ich gerade angst ich bin auf dem weg zur insel gerade im wasser ich bin so langsam unterwegs mit der kiste okay wo muss ich hier hinbringen wo war das zu dem typen naja der der eine typ da da waren wir hallo mr typ im zelt ich habe eine kiste für sie hohe verkaufen die kohle haben wir gekriegt ich sehe gar nichts ich habe ich sehe dass wir nichts bekommen haben ich auch nicht dass beide verkauft jetzt sehe ich jetzt aber wir haben nichts bekommen wartet ein bisschen gleich gleich bekommen wir das noch ich gehe mal zum händler und guck mal ob es da ist kannst du hier schon sehen 40 ne ich habe nur 40 wir haben nichts bekommen what fahrteninventar voll finde auf deiner einführungsreise das gold eines armseligen piraten warte mal wieso haben wir nichts bekommen vielleicht weil ich noch drei karten habe nee wir haben die wertvollste kiste und wir haben nichts bekommen was ist für ein arsch was haben wir hier ja mia red doch deutlich was los ich hab ihm gesagt hallo weil er so das wort gesagt hat er ist ja so wir haben die teuerste kiste für 500 normalerweise oder so gekauft und nichts dafür bekommen ich gehe nie wieder zu ihm ich verstehe nicht warum wir das geld nicht bekommen haben das war nur eine einführungsrunde kann das sein weil das steht da weil das steht da wenn du darüber gehst und fahrteninventar haben wir voll wir können jetzt keine nehmen wenn du da rüber gehst schon ich hätte ob das daran lag vielleicht lag es daran wenn Mia rausgegangen ist kurzfristig dass sie irgendwie gebockt hat kann ich nicht sein kann auch sein ja ja bist du noch draußen Mia aus dem spiel hallo Mia Mia ist sie noch da sie ist noch da aber sie antwortet nicht ok sie redet nicht mit uns Mia aka überregend sie schreibt oh mein gott crash ihr spiel ist gecrasht anscheinend oder ihr pc du bist aber noch bei uns im discord drin ich verstehe nicht warum wir kein gott bekommen müssen wir vielleicht warten bis Mia wieder drin ist damit wir alle das gold bekommen oder wir müssen alle quest abschließen das kann auch sein ja es ist nie so es ist nie so gewesen nicht mal bei der beta Ey Mia wenn wir jetzt das geld wieder vor ich würde dir vorschlagen Mia einfach mal deinen ganzen pc neu zu installieren weil irgendwie hast du immer wieder du brauchst immer voll lange um reinzukommen und irgendwie setze ihn einfach mal neu an fertig du hast immer nur du hast immer Probleme immer crasht alles und so ja das ist vielleicht irgendwas kaputt welche deine ganzen spiele und sowas auf der nächsten hallo Mia kannst du uns hören Mia ja ich hab doch geantwortet ach so hab ich nicht gehört ne für uns hast du nicht geantwortet ich hab doch gesagt hallo ja hallo wir haben kein geld bekommen wahrscheinlich weil Mia gecrashed ist oder weil sie noch nicht dran ist vielleicht warten wir mal ne wir warten jetzt mal bis du rein kommst ja Computer oder online spieler online spieler online spieler sind unsere Gegner echte leute die hier rum fahren auf See kannst du könnte aufhören bitte in meinem gesicht das nervt so sehr ohne Witz bitte so kommst du alter ich weiß mit wem ich nicht mehr spiele du musst du musik spielen auch nein ich hab keinen bock musik zu spielen du hängst mir immer in meinem gesicht drinnen während ich irgendwie was versuchen zu erklären das ist richtig nervig Mia kommst du rein nochmal ins spiel kann sein dass wir deswegen noch kein geld bekommen haben ja ja wie ätzend jetzt haben wir eine auch noch der wertvollsten kisten sozusagen nichts mehr bekommen das ist ja richtig dumm das ist ja richtig dumm ja wir haben echt nur 40 das ist echt mega scheiße Mia bist du schon wieder drin oder nicht ja jetzt komm ich wir mal gucken gleich kriegen wir dann das geld hoffentlich bitte die ist richtig gute kiste ja ja es war einer der wertvollsten kisten im spiel oh mega selten mit der normalen wir haben es hier zur normalen Schaufel ja die Wale schreien ich wieder nach Lacken ist halt echt so ne die Wale schreien Bist du wieder drin bei uns im spiel oder ne ich lehne noch ok sie ist doch abgeackt für mich ne sie hat auch internetprobleme die ganze zeit ja ja same Loll, man kann bis zum Frack rauf, Daniel. Da ist noch Loot und so. In dem Schiff oben, oder was? Ja, ja. Komm mal ganz rauf, wir machen den Weg folgender. Okay. Nach der Kleidungsding. Ich bin wieder drin, oder? Nichts bekommen. Kann nicht wahr sein, oder? Ja, hier sind auch noch Holzbretter und so. Kann nur noch googeln. Haben wir jetzt nichts dafür bekommen? Nö. Ey, das ist doch ein Witz. Wir sind nicht vom nothing to something. Ich glaube, wir sind vom something to nothing. Wie dumm. Oh, ich bin irgendwo durchgefallen. Shit. Bin ich hier? Oh mein Gott. Ich komme nie wieder zurück. Ich bin hier irgendwo durchgefallen. Fuck. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Komm, bist du gelandet? Bitte? Ich habe gefragt, wo du gelandet bist. Wo bist du? Im Schiff, Rack. Du sollst du die ganze Gelandet rauf. Ja. Mach ich. So, wo bin ich denn jetzt? Guck mal, wo ich bin. Und dann kannst du links da. Sascha. Da links? Ja. Dann kannst du da rauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das nennt man dem Minecraft Jumpin'Rod. Achso, ich habe Minecraft nie gespielt. Das ist nicht so meins gewesen. Ach Mensch, wie doof. Ich hätte gerne irgendwas bekommen dafür. Guck mal, wo ich bin. Hatten die denn alle aufgemacht geschlossen? Ja, ja. Okay. Ja. Was warst du? Ich habe ja noch drei. Was ist das? Das hat nichts mit dem zu tun, Jonas. Das hat nichts damit zu tun. Wir hatten auch neue. Wir hatten auch immer voll Schatzkarten. Und wenn wir die Dinger verkauft haben. Das geht ja nicht zum Schatzkarten. Ich weiß nicht, warum wir kein Geld dafür bekommen haben. Warte mal, ich gucke mal eben kurz nach, was sie jetzt hieß. No money for chest. Not getting gold for chest fix. There are two issues causing players to lose their gold. The first issue to do is selling chest. There is a possibility when you sell a chest, the gold holders that, even though it seems to go through already, you won't actually get any money. Again, it seems like, even though you don't see it, your new gold has been recorded. You just, you just have to wait a bit and it should eventually appear. If it doesn't try buying something cheap and then it should work. Das Geld ist anscheinend da, aber wir sehen es nicht. Ich kaufe nur die 1 Euro Ding. Was hat das jetzt nicht? Achso, du hast es nicht verstanden. Wir müssen, ähm, wir haben das Geld nicht bekommen, weil es anscheinend ein Fehler war. So, das Geld ist aber da. Das Geld soll da sein, aber wir müssen, äh, hast du gekauft? Sonst ist es nicht da. Ja, eventually, äh, piert es dann. Das, vielleicht dauert das einfach nur ein bisschen, bis das kommt. Ich hab mir grad eben was gekauft und meine Coins sind immer noch da. Ich hab jetzt 40, so, ich kaufe mir jetzt die 1 Dollar Klappe. Und ich hab immer, ich hab 39, ja. Ich hatte grad eben 389, ich hab mir so einen Wart gekauft und hab immer noch 389. Okay. Leggings. The second one is called by leaving the game and joining another one. Ja, sure. Leaving a game? You might sell a whole bunch of chests for gold and everything seems okay. Then when you enter a new game, you find yourself back at zero gold. Don't worry though, from reports it seems like your disappearing gold is actually still here. You can try buying something for free, like the Voyager, Gold Hoarders, blah, blah. And your gold should pop up back again. If it doesn't, make sure to file a ticket with rare, okay? Wegen den massiven Server Loads ist das. Und Server Slowdowns. Daran liegt das wohl, weil wir die riesige, riesige Probleme haben. Was, was geil wäre, wenn er einfach so eine absolut riesige Karte wäre und alle Menschen auf der Welt auf der sind, wie geil wäre das? Egal, zurück auf unser Schiff. Okay, die Servers sind wahrscheinlich down, meinen die. Oder die Servers haben wahrscheinlich ein Problem. Fünf Minuten später, open my menu. Okay, ja, die Servers sind Slowdowns. Das kommt mit der Zeit, das dauert nur ein bisschen. Das soll nachkommen. Also das Geld kommt auf jeden Fall. Wenn die Chests verkauft sind, also wenn das durchgeht mit dem Verkaufen der Truhen, dann kommt das Geld. Manchmal dauert es nur ein bisschen. Aber das Spiel sieht schon geil aus, ne? Erinnert mich so ein bisschen an Fortnite in Piratenzeit. Oh mein Gott, Piraten-Skins in Fortnite. Bin ich der Einzige, der es geil finden würde? Könnt ihr das mit den Schlangen und der Musik nochmal ausprobieren? Wenn das wirklich stimmt, dann heiße ich liken, der Tierflüsterer. Liken, danke für Lutz. Wenn wir mal wieder auf Schlangen treffen, können wir es ausprobieren. Soll ich nur hier, ne, Aufgabe wieder aufnütig. Hier. Bravo. Und was gibt's nun? Was will denn die machen, Jungs? Komm, wir freuen uns an. Oha. Applaus. Hast du gut gemacht. Erfolgreich. Super. Wenn man ESC drückt, genau, dann sieht man, wie viel Gold man hat. Aber wir haben leider kein Gold. Ja, schade irgendwie. Da freut man sich drauf und dann. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Komm mal zurück aufs Schiff einmal. Wollen wir hier noch irgendwas? Live, Usai. Rasti, wie geht's euch beiden? Ja, wir haben ja noch drei Sachen, ne, die wir machen müssten eigentlich. Stehen hier bei mir drin, hier unten. Hier steht auch, finde ich, auf dieser Einführungsreise. Und alles Einführungssachen nur noch. Sollen wir noch mal vielleicht jemanden killen? Oder wollen wir einen Schatz finden? So, lass mal noch eine Sache machen, da können wir noch mal ein bisschen Fortnite spielen, wenn ihr wollt. Ich würde mal sagen, ein bisschen Action, oder? Lass mich niemand töten. Okay. Wer meint, was war's? Okay, ich hab gestimmt, wenn er ab... Mach einfach wohl. Was? Ich hab einfach schon eins gemacht. Du musst das aber hier abstimmen, ne? Das sind nicht geboten. Ja, ja, da haben wir uns und ich schon geboten. Boah, recht hast du dich. Achso, okay. Prost. Ne, der wird mir selber schwindelig. Das ist wie es ab, nochmal bei mir. Ich bin so schwindelig. Ja, ja. Okay, mach mal den Anker hoch, weil ich weiß nicht, wie schnell wir jetzt fahren. Und in welche Richtung. So was vergibt mir wieder die Laune. Ja, dass das jetzt so lang... Ich hoffe, dass wir die tatsächlich bekommen, das Geld. Aber wir haben echt... Wir waren echt lang unterwegs dafür. Johnny ist das, ne? Der sich betroffen hat. Johnny ist auch jemand, der in Fortnite das immer macht. Der in meine Kamera geht und Musik spielt. Nervt gar nicht. Vor allem dann auch noch so schief. Ne, ne, er macht einfach weiter die ganze Zeit. Ja, ja. Macht er die ganze Zeit schon, seit wir angefangen haben zu spielen. Wollen wir stehen die ganze Zeit. Oh, hier ist Treibgut, hier rechts auf der Seite. Wollt ihr gucken, oder? Da ist kein Geld drin, ne? Da sind nur Kanonen drin und so. Heu, ihr Küsten. Ich hab mal da neben mir wieder sollen müssen. Wo müssen wir hin? Habt ihr schon nachgeguckt, wo wir hin müssen? Der Pippa macht gerade. Also Gold hab ich immer noch nicht bekommen. Zwei Kisten haben wir jetzt verkauft und nichts mehr bekommen, ne? Super gut. Ja. Der Wind soll sich mal, der denn so schnell vorankommt. Jonas? Hm? Der eine ist Blind Man's Lagoon. Wer ist die andere? Ähm. The Sunken Grove. Oh, Sauber-Egner. Echt, die erste Runde direkt mit Günni? Nice. Haben die geboren? Mhm. Oh, sehr schön. Und wie ist die andere? Gigi? Lass sie doch. Oben links. Hoch. Ach, rechts. Ah. Ich habe den Wind. Lass mich mal bitte. Was? Oh, geh mal bitte weg. Der Mund macht immer noch so komische Bewegung. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Äh, rechts von dir. Daniel, einmal komplett auf. Wohin soll ich mich drehen? Einfach nach rechts drehen, ne? Ja, gleich nach dem Stein hier. Und dann nach Nordwesten. Straight Nordwesten. Also komplett in die andere Richtung, ja? Okay. Dann drehe ich einmal nach links komplett, weil rechts ist das ein Stein. Und nichts, wenn uns das kaum nennen. Was passiert eigentlich bei Karten? Muss man den See ja noch drehen. Wahrscheinlich kommt es auf der anderen Seite wieder aus. Fuck. Könnte dann wirklich möglich sein. Weil es ja rund sein soll, wahrscheinlich. Nee. Die Erde ist ein Scher. Oh, ich tschuldigung. Was passiert am Ende? Fällt es runter? Wasserfall. Ach so. Wo kommt das ganze Wasser denn her ursprünglich? Hat er gerade gesagt, passt schon? Deutschland. Ach, es ist Deutschland. Okay. Jetzt müssen wir auf Frankfurt kommen, ne? Nordwesten, ne? Jut. Genau. Wieder da in die Steine rein, oder? Das weiß ich nicht. Weil vor uns sind ein paar spitze Steine. Nee, es sind hinter den Steinen. Glaub ich. Wenn die langsamer werden sind, sagst nicht Bescheid. Ja. Schau mal, die Kamene. Ah, die Feuerabend. Schau mal auf die Kube. Auf die Kube. Welche Kube? Da vorne. Warte, ich schieße nochmal, okay? Schau. Hä? Machen wir nochmal? Schieß du einfach mal. Die Kugel sinkt. Die macht uns von einem Bogen und fliegt nach unten. Wie kann man denn jetzt zwei überlegen? In die Luft schießen. Schau mal. In die Luft schießen. Oh man, das Spiel sieht schon echt nah. Sieht richtig gut aus, ja. Die Musik hat so's nicht zu verändern. So eine geile Abwechslung zu den anderen Spielen, die wir haben. Leute, wir fahren irgendwo drauf. Ich kann aber nichts genau sehen. Nee, nee. Geht's raus. Links bisschen müssen wir. Ja, ich weiß, dass wir recht haben, aber ich muss um die Steine hier rumfahren. Na, jetzt haben wir volle Seestärke, volle Windstärke. Ich könnte die ganz vorne auch nochmal runter machen, aber... Nee, 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 ist okay. Auf unserem Server war echt nur einer, ne? Oder bisher zumindest. Oh, Darkness am Start. Du hast ja Spiel auch gegönnt. Sauber. Ja, das haben wir das Spiel, oder? Okay, wir müssen wir hin. Rechts jetzt. Okay. Das Drehen dauert ein bisschen länger, weil wir übelst schnell unterwegs sind. Loin, man kam mega der erste Trick. Jetzt kommt auch. Hör, du bist gerade auch nicht so gut, das glaube ich. Ja, ich hab selber erst gerade gemacht. Aber ist gut, dann können wir rechts an der... Okay, hier einmal. Was sagst du? Ich merke schon, ich sehe es schon kommen, dass die ersten Sea of Thieves Trick schon in der Arsch kommen, und dann kannst du dich schießen. Ja. Da kann ich mega schnell drehen, und du kannst Rache weg zum Insel schießen. Das Spiel ist halt übelst nice. Die können so viel reinbringen in diesem Spiel, ne? Das ist Hammer. Genau, 70 Euro kostet das im Windows Store, oder 50 Euro als Key. Gibt's auch für Xbox und ist auch Crossplay, wie vor uns die Insel, ne? Ja, ja, mach das Säge mal auf halbmast. Ich war einfach komplett nach links. Ne, ne, ich fahr hier, ich fahr hier an. Ich mach mal, komm ich nach links. Da ist ein Skelett, oder? Naja, da ist ja der Boss, den wir da besiegen lassen. Oh, 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 Schlange, Schlange, hier, hier, nicht hier rein. Hier ist wieder so ne Dingsnä, im... Oh, ich probier das mal mit... Spiel mal mit, spiel mal Musik. Hier ist mal. Ja, Mensch, man ist halt ein Hai. Ein Hai? Oh, shit, da ist auch noch ein Hai. Schlange, Hai. Pass auf die Python auf. Das ist keine Python, hallo? Oh, oh! Oder eine Cobra, whatever. Da ist der Kapitän, Achtung. Wo, wo? Hinter mir. Oh ja, ich seh'n's. Aum, wo ist denn der Kugel? A Metshot. No! Der ist getrunken. Natürlich ist der betrunken, er ist ein Kapitän. Oh, bist du der sicher? Jawohl, wir haben den. Ich hab' den. Spiel mal, spielt mal Musik. Ey, die spuckt! Mach ich doch. Das ist eine Spuckt, Cobra. Doch, Musik funktioniert, oder? Geh mal ran. Nein, bin mir nicht sicher. Ich hab' gleich ernsthaft recht gehabt. Doch, die ist entspannt. Die ist entspannt. Ja! Ja, Musik funktioniert. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Wir waren drei Minuten im Kampf gegen die Krake, die ist echt hart. Oh mein Gott, ich hab' gar keinen Bock auf die Krake. Hier ist irgendwo der Hai, ne? Wo ist der? Hab' ich gekillt, hab' ich gekillt. Okay, okay. Oh mein Gott, du warst das mit auf halbem Wasser? Ja, halb und auf. Ja, die bringt halb, ne? Ich kann das sowieso nicht machen, ich hab' grad' den, ich hab' den leuchtenden toten Kopf. Mach' mal Licht an. Ja, mach' mal Licht an. Ja doch, mach' mal Licht an, ist okay. Wenn die uns sehen, ist okay, wir kill'n die sowieso alle. So, zack, hingelegt. Sollen wir ab nach Hause, oder was wollen wir machen? Sollen wir mal gucken, ob wir dann das Geld bekommen? Du hast wieder zuletzt gesehen. Achso. Ja, lass uns das mal probieren, genau. Ich komm' home to you. Setzt die Segel runter. Einfach komplett nach... Osten. Okay, einmal drehen komplett. Nach links drehen und dann nach Osten. Ja, nach rechts, ich kann da links nicht drehen, das ist die Insel. Nach links um die Insel ist besser. Nach links um die Insel ist besser? Ja. Okay. Nach links um die Insel ist besser? Ja, wir hatten vorhin diese geile Kiste, aber wir haben kein Geld dafür bekommen. Wir haben zwei Kisten weggebracht und noch kein Geld dafür bekommen. Ich glaub' den Servern stimmt irgendwas in nächster Zeit. Oha, wie gut. Wie geil das einfach ausseht aus das Spiel, ne? Pass auf, dass ich meine Hände guck mal einfach nach hinten und so guckt es meine Hände an. Ja, sieht hammer aus. Ich mag das. Sieht alles gut aus. Überhaupt diese Nachmittagssonne. Ja, sieht richtig gut aus. Ihr bekommt das Geld. Das ist noch eine Verzögerung. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich hoffe, dass das so ist. Wir haben wirklich gute Kisten abgegeben. Aber dass das mit der Musik und den Schlangen funktioniert, ist ja mal richtig nice. Aber das hat Liken gesagt, ne? Ja, Liken hat das gesagt. Liken, hast du das jetzt einfach so geraten? Wir hatten es irgendwie von drüber auf wieder angesprochen. Musik und so. Das macht schon Sinn, ne? Musik mit einer Schlange und so. Das kennt man ja. Deswegen. Wer kennt das nicht? Mit der Flöte und so, dass man so Musik spielt. Aber das kennen wir nur mit der Königsfrau. Sonst haben wir keine Ahnung. Ja, ja, genau. Die reagieren auf Musik. Die mussten schon richtig viele Spieler von den Servern werfen, weil die so überfüllt waren. Echt? Das haben wir wahrscheinlich gemerkt, weil wir haben echt einen Server, wo hier nichts los war. Wir haben einen Spieler gesehen, den haben wir gekillt. Überlastet die Server. Ja, aber das ist trotzdem eine gute Idee, dass die hier geradeaus die Insel ist das richtig, wo wir hinfahren. Ja. Ja, ist richtig. Bisschen nix. Daniel ist übrigens falsch, dass sie nicht so krass auf Musik reagieren. Wir reagieren nur auf die Bewegung der Flöte. Auf die Bewegung der Flöte, okay. Ernsthaft? Ja, ja. Du weißt, ich bin Doku-Experte. Der Stream und der Ton war die ganze Zeit an, obwohl mein PC im Energiesparmodus war. Nice, haben wir bei dir dein Zuhause unterhalten, wo du nicht zu Hause warst. Richtig gut. Ich stelle davor, er macht doch Ochsen. Mega, wer los. Nee, nee, nee. Boah. Lass mir kommen. Ich habe dieses Speed-Beschlag gemacht. Einfach so aus Wasser. Habe ich auch nach zwei Stunden oder so auch zwei Schiffe gesehen. Davon wurde eins ja vor den Kraken angegriffen. Ja, wir haben auch ein kleines gesehen mit einem Typen drauf. Der wollte uns plündern. Der ist aus seinem Schiff raus, wollte uns plündern, aber den haben wir gekillt. So, wer trinkt jetzt mit mir ein, Kapitän? Ich. Ich? Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich darf nicht trinken bei der Arbeit. Ich bin ein Kapitän. Ein ehrenvoller Kapitän. Du hast ja deine Pflichten ja super ernst. Du nicht? Merkt man. Du stehst ja mich nur herum. Eben. Normalerweise müsstest du putzen. Du bist eine Frau. Oha, pass mal auf. Das war früher so. In der Piratenzeit. Das ist auch neu, was hier ist. Hohoho, das habe ich nicht gesagt. Komm Jonas, wir sind jetzt nachschritten. Nach rechts bisschen, nach rechts bisschen. Jetzt voll nach rechts. Ja, wollen wir jetzt mit links? Vollkommen nach rechts. Noch einen. Ja. Ich bin schon mit Träumen. Ich warte auf das. Die Drehung ist geil. Ja, ja. Gedriftet mit einem Schiff. Richtig nice. Nimmt einer den Schädel mit? Ja. Okay, nice. Unter Wasser sieht es auch geil aus. Die Sonnen strahlen unter Wasser. Muss nochmal gucken. Auch richtig nice aus. Vielleicht mit, das ist ein Hai. Der war. Da kommt immer näher. Mir ist immer betrunken. Bitte. Also ich habe mich hier in dem Spiel noch nie nüchtern gesehen. Komm mal runter. Welch? Ja. Komm, was? Komm, wir machen eine Party. Der hat mich angekotzt. Kommt immer nach unten davon im Schiff. Ja, recht so. Ich glaube, wenn... Dann blühen wir. Die will noch trinken. Ehrenloser Kopfgeldschild verkauft. Wir haben auch nichts dafür bekommen, bist du ja? Ey. Okay, unsere Geld wurde nicht angenommen. RIP, RIP, RIP. Kann da wohl nicht wahr sein. Wir haben dafür Geld jetzt bekommen und für die anderen beiden nicht. 100 Pro, weil Mia aus dem Server geflogen ist. Ja. In dem Moment. Das ist... Ja. Ja, schieb ich wieder alles auf mich. Mia ist schuld. Jona. Warte, sag nochmal, Mia ist schuld. Mia ist schuld. Warte, mach mal. Mia ist schuld. Warte, schau. Die Mia, die da drüben steht, ist schuld. Du wirst gar nicht hören. Zweimal eine Mia. Die hat immer viel getrunken. Und flogen plötzlich aus dem Server. Und wir haben alle unser Geld verloren. Und schon waren wir wieder arme Piraten. Kommt mal zu uns, bitte. Nee, heute ist doch voll gekostet. Nein. Oh mein Gott. Als ob das stimmt. Ich freue mich gerade so mega. Das war einfach nur mal so ein Gedanke. Liken der Tierflüsterer. Merkt euch diesen Namen. Liken, danke für los. Ja, aber das ist krass mit dem Geld, ne? Dass das jetzt wirklich weg ist. Vielleicht kommt es ja doch noch. Vielleicht kommt es ja doch noch. Das habe ich zumindest gelesen. Ich bin dafür, dass wir einfach alles aufbauen. Weißt du, warum wir vorhin Geld bekommen haben, Philipp? Wir haben immer nur Geld bei den Schädeln bekommen, aber nicht bei den Kisten. Schon mal aufgefallen? Früher war das aber so. Ja, ja, aber es kann... Nein, es kann aber sein, dass die Kisten ein Serverproblem haben. Dass noch kein Geld dafür ausgegeben wird. Ich muss nachfüllen, okay. Die haben das nicht ausgedruckt. Das hat es noch voll um. Oh, Jonas, guck mal, das ist schon hell da raus. Ich gehe nicht vergraben. Oh, nee, ich bleibe hier bei unten. Lieber. Ah, guck nicht. Da schon. Ist schon zu spät. Mal schlafen gehen. Oh. Hier, Jonas. Daniel? Ja? Kommt ihr zu uns? Nee. Wo seid ihr auf dem Schiff immer noch? Gucken, ob wir die Idioten von hier sehen können. Warte mal. Warum? Komm mal mit dem Tuch, Jonas. Aber nein, ich habe Angst, wie... Schrenke machen. Wo seid ihr? Seid ihr auf dem Schiff? Wo denn? Die kotzen die ganze Zeit. Ey, wir müssen gleich alles sauber machen, ne? Jetzt ohne Witz. Mia putzt das. Ist echt so. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch nicht mal. Auf dem Schiff. Da kann euch nicht sehen. Unten oder wo? Oben. Sind die nicht ganz vornherein, oder? Spitze? Nein, nein. Wir sind jetzt... Jetzt sind wir wieder unterm Deck. Gehundert auf die Spitze. Ach so, kommt mal hoch, weil ich kann euch nicht sehen. Ich habe auch kein Geld bekommen. 20 Minuten, als er eine Truhe verkauft hat, da hatte ich statt 700, 2000 Menschen. Ich weiß nicht, wie lange das bei euch. Ja, das ist jetzt... Ja, kommt hin. So 10, 15, 20 Minuten, kommt das schon hin. Ja, ja. Kann sein, das ist ein bisschen dauert. Bleib Fuß. Seht ihr uns? Ne. Ich nehme meine Kanonen. Ne. Vielleicht seid ihr auch zu weit weg. Ne. Seid ihr da überhaupt das Spitze? Nein. Ach so. Ich bin betrunken im Wasser. Du wirst ja nicht... Du sollst nicht so viel treten. Er ist so ein Idiot. Ach so, Daniel, was mache ich, wenn ich so mache? Wo wird so? Mehr kommst du mit? Komm wieder. Das ist ein Wasser. Ich schaue es auf, wenn ich so mache. Warte. Wie geht das? So, Mathe. Oh mein Gott, du bist so. Was machst du? Hey. Warte, so. Du machst immer so einen Schritt. Eins, eins, eins. So. Meinst du das? Bewege ich mich oder was mache ich? Ja, ja. Ja, ja, der bewegt schon die Beine. Wir haben dich angeschissen. Oh mein Gott, wie es aussieht. Ah. Aber auf jeden Fall voll interessant, was man im Kopf hat. Mega geil, was man alles kaufen kann. Die müssen auf jeden Fall noch mehr reinbringen. Wir haben noch nicht alles gesehen, ne? Wir müssen aber erst mal Geld für alles bekommen. Dann gucken wir mal weiter. Wollen wir noch eine Mission machen mit Hühnern anfangen? Ne. Ich spiele jetzt ein bisschen Fortnite. Okay. So, muss ich irgendwie besonders speichern oder so in dem Spiel? Ne, ne? Einfach raus und das reicht, ne? Du kannst direkt zurück zum Desktop. Okay, Leute, wartet mal. Dann lege ich mir eben den Screen drüber und wir wechseln zu Fortnite. Zurück zum Desktop. Hat aber Laune gemacht, muss ich sagen, zu zocken. Hat Laune gemacht. Erster Eindruck ist echt extrem gut. Wobei wir jetzt für die Kisten noch kein Geld bekommen haben, aber das soll ja, soll ja jetzt geregelt werden, wie ich das mitbekommen habe. Oder kommt mit der Zeit erst dann. Denk mal, wenn wir uns wieder einloggen, werden wir wahrscheinlich unser Geld haben. So, zurück zum Desktop dauert jetzt gerade ein bisschen. Ich habe ein Standbild. Aber wir spielen jetzt ein bisschen Fortnite. Ich kann schon mal den Screen drüberlegen. Wo haben wir denn hier Fortnite? Thumbnail. Thumbnail, bitte. Thumbnail. Aber hat Laune gemacht, muss ich sagen. Hat wirklich Laune gemacht. Jonas war ein gut vertrunken. Liken, wieso hast du eigentlich dein Ding verbunden? Dein YouTube mit dem Discord, dann kriegst du die Sponsorrolle. Ja, habe ich ihm auch schon gesagt. Das ist am Handy. Ich glaube, da hat irgendwas nicht funktioniert. Er hat kein PC, glaube ich. Ja. So. PC, Xbox nicht, sondern PC, PS4. Ja, ich bin eigentlich keine Rolle. Kann ich alles machen. Ich bin eigentlich alles keine Rolle. Irgendwie habe ich immer noch das Spiel drüber. Ich kann es nicht richtig schließen. Wirklich? Aber jetzt geht es Fenster schließen. Ja, ich muss das Fenster schließen. Sollen wir eben Epic starten hier. Geiles Spiel. Hat Laune gemacht. Ohne Witz. Ich werde das jetzt wahrscheinlich öfter streamen. Also fast jeden Tag oder so. Immer so zwei Stunden oder so. Dass wir ein bisschen Abwechslung bekommen. Nicht nur Fortnite, sondern auch ein bisschen. Vor allem ist es auch ein Spiel, was nicht so hart triggert. Was man mal wirklich entspannt spielen kann. Was richtig geil ist. Was so ein bisschen Story hat. Und was zwar auch competitive ist in gewisser Weise. So, wenn wir mal auf andere Leute stoßen und so. Aber ansonsten ist das halt relativ ruhig. Und ich glaube, das ist auch ganz cool zum Zuschauen. Vor allem, wenn wir dann große Monster und sowas entdecken. Weil es soll Kraken geben. Wale soll kommen. Es sollen ein paar andere Monster kommen mit den nächsten Patches. Und so habe ich gehört. Und große Aufträge. Und wenn wir halt zu den großen Sachen kommen. Wird richtig geil. Hey ho. Was geht so? Fabio, danke dir für Luz. Was geht bei dir? Alles gut? Was geht? Was geht? Geile Lieder drin. Ich hoffe, dass auch neue Lieder mit reinkommen. Wale habe ich jetzt nicht gesehen. Sollen aber reinkommen, habe ich gehört. Wenn die nicht schon drin sind. Warum nicht? Ja, da haben die in der Beta darüber gesprochen, dass die reinkommen sollen ins Spiel. Diese Riesenkrake ist schon drin. Es soll auch ein riesiger Hai, glaube ich, reinkommen. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und noch so ein paar andere Sachen. Der hast du von einer Stunde geschickt. Den habe ich jetzt erst bekommen. So. Ab ins Spiel hier. Ich muss mal eben einstellen hier, dass ihr reinkommen könnt. Friends. So. Hallo. 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 der normale erstmal würde ich sagen danach können wir ein bisschen mal sehen wie es bei 40 heute läuft ja ich bin gespannt aber das liegt ein bisschen jetzt gerade anders an das 90 ich bin eigentlich pc und xbox zusammen das geht bei den bei den neuen spielen die xbox one x spiele sind die meisten zumindest sind crossplay zwischen xbox und pc das läuft alles über das xbox hat also für die xbox leute ändert sich das nicht oder er ändert sich gar nicht sondern einfach nur für die pc leute die installieren die spiele über den windows store und dann haben wir diesen xbox hat den ihr auch bei der xbox hat oder die man bei der xbox hat wenn man eine hat dieses ganz normale freundschaftsmenü und so und das im grunde das gleiche ist beides dasselbe bei pc oder xbox sieht exakt gleich aus man hat dieselben freunde dasselbe profil und man kann dieselben spiele spielen das hat microsoft geöffnet was richtig geil ist zwar nicht für alle spiele aber für alle neuen ankömmlichen also neue einkommende sozusagen jetzt hier crackdown kommt sie hat die es noch zwei anthem kommt noch da waren ein paar andere spiele die rauskommen die dann microsoft exklusiv sind und dann für xbox und für pc erhalten erhältlich sind und dann auch crossplay sind jetzt fehlt nur noch wenn ich bin der switch schule es kommt fort natürlich switch übrigens so wie es aussieht gerüchte na gut es war aber klar wenn es kommt ja ja wir müssen einmal raus mir dein internet ist und ein pc ist wundervoll leute richtig gut müssen wir noch mal der weg das spielt gerade über das iphone sehe ich gerade mia joinst du uns oder schreibst du noch im discord eben gesagt hat mich rausgeschmissen ich muss mich mal anmelden im discord weil du schreibst gerade im discord ja du hast gerade im discord geschrieben du hast gerade im discord geschrieben für mich also du hast da nichts geschrieben aber das stand mir schreibt das habe ich gewundert dieses fortneid ja dieses fortneid ist schon ganz interessante spiel der günstig habe ich schon gesehen leichten habe ich schon gesehen hat sie mir schon geschrieben als kommentar unter einem meiner videos ich gehe dann kann ich ja mal eben kurz das einstellen hier jetzt ich gehe mal das ist ich Hallo. Couscous. Hallo. Ja, ich bin noch da. Sorry, ich muss mal eben was schreiben. Ich muss mal eben was klären. Oh, Philipp, komm mal. Lass mal hinter mir stehen. Ja, ähm, in den nächsten Monaten irgendwann. Wann genau kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal so, in so zwei, drei Monaten werden wir es wahrscheinlich für Android sehen. Ja, habe ich gehört, habe ich gehört, Igno hat schon gesagt, dass ihr die erste Runde heute gewonnen habt. Danach nur Blödsinn ist bei uns meistens auch so. Also manchmal haben wir eine gute Runde oder zwei und dann macht der eine oder andere von uns zu viel Blödsinn und dann konzentrieren wir uns nicht mehr gut genug und dann läuft es nicht mehr. Was ist los mit den Lobbys? Kommt, spielt heute keiner Fortnite, alle spielen Sea of Thieves. Der Titel vom Stream? Doch, den habe ich gerne. Das musst du einmal aktualisieren. Muss einmal aktualisieren, dann ist der auch aktualisiert für dich. Das ist, weil du die ganze Zeit drin warst, deswegen. Ja, try on, nicht unbedingt, aber mal ordentlich Runden spielen, nicht so viel Quatsch machen, so. Ja. Man kann ja verlieren und so, aber lass uns bitte nicht so viel Scheiße bauen und so. Ich würde gerne mal so ein paar ordnen, weil ich bin jetzt relativ entspannt durch Sea of Thieves und so. Overkiller, klar kenne ich dich noch. Ist doch gar nicht so lange her, dass du hier warst. Wie geht's dir? Oh, wo gehen wir hin? Schwarz ist da. Daniel, du musst auf ein Minimum beschrauben, dass du nicht über den Berg bist, weil es ist. Also du weißt es eh, aber. Hallo. Ach so, ja, schwarz ist doch eh mal. Okay, ich komme auf den Balkon. Ach wohl, das ist schwarz ist doch. Okay, das ist klar. Geh oben rein. Da ist eine Mia oben drauf. Doch nicht. Doch, da ist einer oben drauf. Der baut sich direkt runter zur Kiste. Ja, ja, oben dran. Die sind schon da, die sind schon da. Die sind oben dran, die sind oben dran. Jetzt erst eine Waffe. Oh mein Gott, da kämpfe ich wieder. Der ist durch die Tür gebaut, ist das denn? Wo ist der, wo ist der? Der ist oben bei mir. Der ist links. Der ist von über von mir. Oh, da kommt noch ein anderer. Das ist noch ein anderer. Oh, der... Okay, der hat mich. Also zwei... Um auf dem Dach, um auf dem Dach. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das sind drei... Der hat einen Held. Der... Der hat... Er ist aus dem Held, schaut. hinter uns was glaubst du kommen an ostern für skins ich hoffe kein osterhase ich hoffe kein osterhase also wenn osterhase kommt mit einer möhre in der hand wieder am rasieren ja geht so also wir haben jetzt gerade unsere erste fortnerrunde müssen mal ein bisschen reinkommen ins spiel ich kann ein bisschen zu spät runter gerade habe zu spät eine waffe gehabt und dann ja war eine geile runde auf jeden fall naja schauen wir mal aber wir haben sie oft die ganze zeit gespielt was laune macht und vielleicht spiele ich gleich noch ein bisschen rocker dick mal schauen so gut gut abwechseln ich habe drei spiele die ich jetzt durch wechseln kann die auch laune machen dauerhaft oder länger zu spielen zumindest als nur eine halbe stunde oder so wenn man irgendwas scheiße läuft man mal keinen bock hat auf wort hat ihr kennt das wahrscheinlich selber wenn es mal absolut scheiße läuft dann kann man irgendwas zu an was anderen wechseln und da gibt es nicht ein rocker leg sondern auf ziel auf tiefen das ist muss ich sagen ist ein bisschen ein bisschen entspannter kann man in ruhe auf see stechen und so ein bisschen geld sammeln ein hüpfender hase als tanz oh mein gott günny eine möhre essen als als emote so wie bugs bunny damals so so Das war's für heute. Problem bei dem U, E und was auch immer, da ist zu wenig, oder? Schwierig. Da ist eigentlich kein verkehrter Platz und so. Wo ich gerne hingehe, wenn in der Mitte nichts vor ist, ist rechts am Park da. Ja, bei dem Haus, ja, ich werde es aber. Das ist auch nicht schlecht, weil da nicht immer welche hingehen, aber ist halt auch ein bisschen risky. Ja, lass rechts zum Park hin. Rechte Seite Haus, oder was, oder wollt ihr? Ja, ich komme nur auf den Balkon da, glaube ich. Oh mein Gott, wenn ich nicht um den Baum hier fliegen muss, ich weiß nicht, ob das geht oder nicht. Probier es mal aus. Ja, funktioniert. Ich habe einen Park dran. Ich habe einen Shot dran. Hier ist keiner gelandet, was gut ist. Ich habe jetzt gleich was zum Abgeben, falls ihr noch traut. Ja, bitte. Hast du schwere Munition auf dem Zufall nicht? Nee. Ich hätte dann bloß noch die gehen. Äh, nee. Der Server braucht ein bisschen, um klar zu kommen. Merkt ihr das, wenn ihr irgendwo drauf schlagt, oder? Nein, nein, hier war ich jetzt. Ist hier keiner gelandet, Alter? Ich höre keine Schüsse. Ist Tilted leer? Kann ich mir nicht vorstellen. Alter. Wenn Tilted leer ist, ne? Hört mal zu. Macht mal nichts und hört mal. Ich höre nichts. Ja, same. What? Ich höre absolut gar nichts. Das kann doch nicht sein, dass hier gar keiner ist. Das habe ich ja noch nie erlebt in dem Fortnite. Was ist denn hier los? Hier ist noch ein großes Schild bei mir. Kann das bitte jemand festhalten? Ey, ist Tilted leer? Klippen, Göni. Okay, jetzt sind wir mutig alles so zerstreut, ne? Worte schon. Hä? 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 Aber hier kann... Lass mich nicht hier. Oh, jemand schießt auf mich. Ja, ich bin runtergefallen. Ja, aber mir hat doch jemand geschossen. Ich bin gleich down. Oh, fuck my life. Aus 60. Ich glaube aber nicht, dass der oben ist. Ja, über mir. Über mir. Ach so. Okay. Fuck, ich habe so viel Energie verloren wegen dem Heino. Okay, der ist bei mir. Der hat mich. Achten. Ich habe keine... Oh, fuck, 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 fuck. Oh, okay, ich bin down. Ich bin runtergefallen. Ich wollte bauen, hatte nichts mehr zum Bauen. Das war's. Ich wollte zubauen, konnte nicht mehr zubauen. Keine Materials. Ah, das meinte ich schon. Was meintest du? Na, dass... Ah, ja. Er wird ganz streif waren. Okay. Normalerweise habe ich gedacht schon, ja. Aber anscheinend ist es doch nicht so. Habe ich auch gedacht, Nils, aber... Ist ja nicht so schlimm. Installierst du es halt neu. Ist ja nicht so schlimm, oder? Ich meine, 20 GB geht doch relativ schnell. Ein Eierwerfer als Waffe jetzt hört bloß auf, wenn die das reinbringen, ne? Ich finde es auch immer mega schade, dass wir keine Schnee mehr gemacht haben. Du hast eine 50K-Leitung, ist aber relativ langsam. Der meint wahrscheinlich MB, ne? Na, 50 MBit pro Sekunde, ne? Das meint er wahrscheinlich. Nässt er von? Oh ja, mach mal einer. Mal wieder abschillten. Ja. Ach ja. Ich hätte den gerade besiegen können, mich einbauen können und so. Aber ich hatte ein Material zu wenig. Und da bin ich runtergefallen. Konnte nicht mehr bauen. Richtig jetzens. Zwei Stunden brauchst du dafür, oder? Das ist lang. Wahrscheinlich über WLAN, oder? Mit 2 MB hört sich so nach WLAN an, wenn du nur 50.000 hast. Aber trotzdem, wenn du 2 MB lädst. Ich glaube, ich gehe wieder da hinten hin, zu dem Haus. Da komme ich, glaube ich, nicht ganz hin. Nein. Ich gehe wieder zum Park. Ja, ja, da gehe ich auch hin. Ich werde direkt in den Park gehen. Ich habe zwei Shotsen gefunden. Wenn jemand eine Eier hat, würde ich die nehmen. Ich kann eine Shotgun abgeben. Ich muss die Faktion, oder wenn ich die haben will? Habe ich schon. Oh, Shots, Shots, Shots. Endlich mal. Endlich geht hier was ab. Hier eine Shotgun für jemanden. Ich habe einen Granatenwerker. Na, der ist nicht schlecht. Ich baue mich mal raus zu euch. Schatz auf uns? Nein. Aber hier in der Nähe. Ich glaube, das Haus, wo wir immer landen. Ja, wo ich das Haus habe. Du bist im Keller? Ja. Oh, das ist nicht. Ich glaube, da noch einen Minishofer in, oder? Oder in der Nähe. Hm, würde ich nehmen. Ich habe einen Minishofer in. Über uns essen wir uns mal eine Kiste, müssen wir mal eben holen. Ah ne doch nicht. Wo war die? Ach da ist die Kiste, ja genau. Ist da einer drin? Oh, ich hab beschossen. Ich bin... What? Ey, das ist doch ein Witz, Alter. Wie schnell kann ich down sein? Ich springe mit dir runter. Oh, zwei. Wo bist du ganz unten? Das ist doch ein absoluter Witz, Alter. Ich krieg immer die ersten Schüsse ab und bin sofort down. Ich kann den Medikett kennen. Nein, ich hab was zum Heilen. Oh, Rakete? Nein, nein. Aber dann noch. Kommt mal her, ich kann hier unten ein Dings aufstellen. Äh, ein Lagerfeuer. Ja, ich kann hier unten ein Dings aufstellen. Jonas, du wirst es auch vielleicht holen, oder? I mean, shit. Nein, das ist... Der ist hier, der ist hier. Wo? Ich hab ihn da. Oh, 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 oh. Oben, oben rechts an der Ecke. Die hitten die nicht. Ja, die schießen durch die Wand, Alter. Die schlucken die doch mal. Hab noch einen down? Ich bin in der Schill reingegangen, ja. Ich hab wenig Energie. Der versucht von links zu pushen wahrscheinlich jetzt. Der ist hinter der Brickwall. Ich hab zwei down hinterm Bus. Ja, sauber. Das waren die letzten beiden von dem Team, glaube ich. Oder die letzten. Warte mehr, ich kann dir Dings abgeben hier. Ich hab ein Medi, ich hab ein Medi. Achso, okay. Ich hab alle. Ich hab alle. Nee, nee. Nee, okay, nee. Wir haben nicht zu sehen gehört. Wir heilen uns gerade. Was hab ich? Wir heilen uns gerade. Wir haben uns gerade geheilt. Wo sind die beim Bus da? Ja. Okay, die sind down. Okay, gibt's noch irgendwas Interessantes, ja. Oh ja. Kann man was auf? Sehr gut. Ja, ein bisschen Munition wäre... Na, okay, geht eigentlich. Munition geht eigentlich. Aber wenn du extrem viel hast, dann... Ja, okay, dann nehm ich runter. Ja, bitte was. Nix. Was brauchst du denn? Hier? Danke. So, Pfeffer, du auch? Ja, bitte. Munition brauchte ich auch, ja. So. Äh, ja. Hier. Hier ist es mir. Hast du auch gleich Stimulationen, Jonas? Das mit der Aufmerksamkeit ist nicht so verkehrt. Du hast schon recht. Ich weiß, was du meinst. Ich hab noch Rakete. Ah ja, Schluss, was hast du jetzt? Nee, boah, ist ja. Ey, 130. Sorry, komm her. Was ist denn was? Was ist jetzt zurück, bitte? An dem Dach, wo wir mal dran sind? Sind da auch welche? Nee. Weil hier war da bestimmt mehr als ein Team, oder? 100 pro. Waren noch zwei, oder? Alles geliked, ciao, ciao. Gute Nacht. Danke für Nutz. Das waren ja zwei Teams, die wir gekillt haben, oder? Ja, da wird geschossen. Wer schießt? Sorry, 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 sorry. Muss aus dem Game rausfahren. Lass mal ein Chin auf die Zone. Kann jemand snap Armonie? Ja, 24. Muss mal ein bisschen Materials hier fahren. Oh. Was ist das? müssen los wieder ein loot lag vorbei ganz in der dritten perspektive nicht ganz so sehen aber ich sehe da kein doch 25 25 schwarze reisen da ja ich habe auch gesehen krass so haben wir dahin gehen auf der straße das ist unglaublich schlau und der noch ein schwarzer reißen da wo zufällig holt ihr den pippo holt der pippo ein da hatte ich da und ich weiß nicht über die anderen auch ich habe fünf medics noch die zwei sind da und wir müssen direkt wo ist habt ihr zwei rechts hier wo wir hochkommen gekommen sind wo wir herkommen hier ist einer jonas 300 hat zwei hits bekommen der hat noch schild ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen wir müssen jetzt ohne leute wir müssen jetzt haben alle tot jetzt kommen die zone kommt ich habe nichts zum heilen ich habe auch keine materials das verbraucht gerade um hochzubauen wieder runterzubauen jetzt nicht so weit die nimmt fünf ab dass die zweite oder hey matrix wie geht's prost und ja ich weiß es ist dienstag aber es muss heute sein ja heute abend trinke ich einen mit oh unten an loot lake sind welche fuck an den gebäuden von da wo wir jetzt zwei die laufen einfach herum wir müssen die pushen die sind direkt vor meiner nase ich habe kaum materials ja die haben es noch nicht gesehen aber ja doch die haben es gesehen haben sich eingebaut die haben es gesehen ja ok und wenn dann habe ich doch gesagt mir ach man das ist so dumm klar haben die uns gesehen philipp die haben uns auf jeden fall die haben ja gewartet auf uns habe ich ja gesagt doch doch die haben uns gesehen die sind die ganze zeit gehüpft die haben gesehen die wollten wo wir sind sind die ganze auf diesen reifen gehüpft und haben geguckt wo wir hinlaufen zwei wollten so hoch zum berg und wollten uns abfangen haben die gemerkt wir kommen nicht über den berg sondern wir kommen gerade und da geblieben haben da eine base gebaut ach richtig ätzend und mir hat glaube ich nicht gehört von wo die kam weil die hatte gefragt von wo ja göni hi ist ja drüben bei youtube ach ja schade hi sultan hasse was beim kollegen hast installiert oder ist ich glaube ich habe göni hier noch nie wirklich was schreiben sind ne der ist selten hier ne ich habe mich wieder rausgeschmissen okay wir müssen noch mal das spiel leben jetzt hast du zeit dann nehme ich dich mit rein weil bei mir läuft es nicht müssen immer warten und so das bricht immer wieder ab ich habe aber der spielt gerade oh mein gott was er gerade spielt nils das alles stehen und liegen auf damit so blöde spiele zu spielen oder der sultan kann mitmachen wenn er will sultan hast du bock geht das jetzt mit deinem nein er ist zu cool und macht sein handy dann geht das wahrscheinlich noch nicht oder sultan oder hast du bock bei dem dunklen reisenden wenn sie eine stelle tranz machst du hinten die aare raus moin helvig wie geht's wie sieht es aus sultan hast du bock kommt dort noch rockedick ja ein bisschen später ich bin auch so ein paar runden fortnight mal eine ordentliche runde fortnight spielen ja bock schon aber macht ein game ja mir ist sowieso raus bei mir läuft es heute nicht bei ihr crack die ganze zeit der pc oder die spiele oder was auch immer ja dank dir helvig danke 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 fürs abo wenn du es öffentlich hast wird sogar angezeigt mit einem coolen lied machen wir warten auf sultan machen drei runde hier wird dann brauchst du starte eben ok level 91 gibt es wie bugs es gibt es ja noch schön dass der tanz wird cool da gibt es ja schon wieder wie bugs könnte man eigentlich überlegen paar stufen zu holen oder werden 1200 ich bezahlen muss aber zwar natürlich wieder bekommen aber ich am ende aber ich glaube nicht dass ich das mache wieso schon wieder kaufen ich habe nur drei level gekauft bin ich so wie du der im hintergrund die ganze zeit zockt können wir mal ps4 zocken bro was willst du noch ps4 spielen ich meine fortnight ist crossplay macht ihr bei der dreier runde brauchen ein paar runden ok dann bin ich jetzt noch auswärts vielleicht noch mal ja ok bis später fortnight ja fortnight brauche kannst du auch so mitspielen über ps4 der sultan zum beispiel ist auch ps4 spieler und geht ja crossplay also zu spät leider jetzt haben wir schon gestartet so wie redet man aber mit set oder wie war das muss ich erst mal muten hier im spiel damit nicht auf den sack geht ihr beide ok hallo hallo hey elia whatsapp ja nice mann ja nice mann ja sie ja der kommt sowieso nicht sein doch der geht dahin aber warum möchte ich trotzdem in game ich habe dich gemütet und ich höre ich trotzdem ja auch mit dem scheiß die mich auf die nerven höre ich doppelt das auch aids für den chat kann ich finde ein jump pad ich finde ein jump pad ich finde ein jump pad Double Pump. Willst du eine Pump haben? Hier. Ja, gerne. Muss mal hier hingehen. Mal wissen. Hier ist einer. Komm raus. Haben mich gesehen locker. Wo ist der rausgekommen? Ja, aus der Tür. Aus der Haupttür. Habt ihr gehört? Wo ist der hingegangen? Der läuft da rum. Oh, zwei. Zwei, zwei. Da ist noch einer. Am Baum. Der eine ist unter die Rechts. Der eine ist rechts neben dir unten. Bei mir sind zwei. Habt ihr einen down? Was? Noch einer auf der Straße? Noch einer. Da kommt noch einer. Zwei vor dir, John. Ich hab nur noch Shotgun, sonst nix mehr. Tchuuu. Oh mein Gott, die hätten mich beide. Ich glaub, so einen anderen muss ich down. Ja, ich bin down. Die haben mich. Nein. Ey, ich hatte vier down. Elia Hüber. So ein Idiot, Alter. Mal leave matchen. Bist du am Start? Bist du am Start, Sultan? So ist der Sultan. Ist er online? Ne, immer noch nicht. Für mich bist du nicht online, Sultan, irgendwie. Ne. Nicht online. Der Sultan braucht echt einen PC, ne? So mit Playstation ist halt ultra scheiße. Naja. Du hast halt übelste Nachteile immer. Wird voll schlimm. Ne, der ist nicht online für mich. Für mich auch. Sultini, du bist nicht online. Komm mal online. Stell dich auf online oder whatever du machen musst. Ich muss ins Spiel reingehen wahrscheinlich. Du, du, du. Du, 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 du. Fortnite, so die letzten Tage, ist nicht so, äh, so prickelnd irgendwie, ne? Irgendwie, immer so Aids-Runden. Hast du das? Ja, so mal. Ich kann aber nicht. Der ist immer noch Heimbasis, steht hier. Ach, klar. Jetzt. Na, jetzt kann der mitmachen. Wo ist der Sultan denn irgendwo? Okay, nirgendwo. Okay, dann können wir nicht sprechen, Sultan. Ich weiß nicht, wo du bist. Sag mal nicht, Sultan ist... Oh mein Gott, Sultan. Ich hab mir erstmal ingame gemutet. Loppa, was machen? Wieso bist du... Ich hab dich gemutet. Du kannst trotzdem reden. Ich raff das nicht. Ja, ja, ja. Hast du eigentlich den Werwolf mittlerweile ausgetestet? Ne, mach ich gleich. Wir spielen, ich spiel gleich ein bisschen Rocket League. Dann probier ich den mal ausgucken, wie der ist. Ich hab schon einmal gespielt, also mit dem, aber jetzt nicht so... Nur, wo der grad neu war einmal, aber noch nicht wirklich getestet. Sultan ist immer bei uns. Natürlich der weiteste Weg weg. Von den Räumen. Hi, Sultan. Hello. Machst du jetzt ein neues? Hältst du oder was? Äh, ich hab das normale. Guter Antwort. Das normale. Ja, der hat das neue noch nicht einstellen können. Ich hab heute mit ihm ein bisschen was getestet, aber... Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich Interesse habe von dem Crimson. Du hörst mich so gut, oder? Ja. Okay. Ja, alles mal, hi, wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut. Wir ver... Wie er verzweifelt versucht, das zu machen, aber ich ihm so hinterherlaufe, dass ihm das voll auf den Sack geht. Ich find, die Axt sieht viel geiler aus mit dem Scan, wegen dem Goldenen dran. Guck mal, wie hinten mein Umhahn wackelt. Guck mal. Ich hab die Skin selbst, danke. Nö. Nö. Hast du nicht. Meiner ist viel schöner. Nö. Mit dem... Mit dem Hüber, mit dem... Wie heißt der nochmal? Michael Hüber? Wie hieß der gerade? Hüber. 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 Hüber Hüber, falls du das siehst. Du warst echt ein schlechter Mate. Haha. Hüber. Geh hinten zum Shop. Zum Moms. Na, ich kann mal rechts mit. Wenn wir nicht so verstreut sind. Ich wollte eigentlich hier unten hängen, aber. Komm mal mit zu euch. Achso, ja dann komm. Nö, nö. Ist okay, ist okay, ist okay. Ui. Direkt ne Scar, Kappa. Was? Ne Scar? Ja, ich hab auch eine. What? Ey, Sultan, du peilst halt das Kappa überhaupt nicht. Er ist kein Twitch-User. Achso, Kappa. Ja, ich hab das... Was hast du denn gesagt? Kappa oder was? Kappa Klaus. Ich hab das nicht so realisiert. Kappa Klaus. Sult. Ich hab den Hut dann raus. Jetzt sieht die Hose aus. Wem zieht er die Hose aus? Sich selber oder jemand anderem? Also wenn er die Hose auszieht, bist du schön ganz cool. Das wäre... Oh nein. Oh. Oh Gott. Ich habe nur einen Slap für jemanden. Cool. Ja. Also ich meine, ich kann ihn auch selber trinken, aber... Oh, hier läuft einer. Irgendwo läuft hier einer? Ach, das ist der Sultan. Sultan hier. PS4 Spieler Steppen mehr. Sein Step hat so laut angehört gerade. Ohne Witz. Ist hier keiner gelandet? Glaube nicht. Hey. Hey. Johnny. Vielleicht in den westlichen Häusern. Beim Mams wart ihr drin, ne? Ja, habe ich. Ich glaube, ich habe einen Einstieg gehört. Aber das war ich. Das war ich. Das war ich. Wahrscheinlich. nicht. Ja, da sind welche. Nordwesten. Nordwesten auf dem Dach. Auf dem roten Gebäude. Unten auf der Straße. Nordwesten läuft er. Da läuft er zum nächsten Gebäude hin. Ja, ich sehe es. Der baut hoch. Ja, wow. Ein Busch. Hat einen Hit. Der kommt runter. Oh, der hat einen dicken Hit bekommen. Sag, wann er da ist, Johnny. Der ist vor euch direkt. Der ist vor euch direkt. Ja, der ist da. Der ist da. Im Brickgebäude hinten rechts drin, ne? Bei 285. Und hier, glaube ich, beim 285er Holzgebäude ist auch einer. Oh. 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 Bei dem Brickgebäude, 285, 300. Vorsicht, Leute. Ich habe noch ein Schild für dich, Johnny. Nee, ich habe, ähm. Ja, wo komm. Ach so, okay. Da hinten läuft er. Westen. Westen, 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 Westen läuft er. Unten am Haus. Ah, eine Tür. Dreck an der Tür unten. Der ist am Treppenhaus. Treppenhaus Westen, 285 drin. Ich mache es jetzt eine Granate rein. Zwei sind da drin. Ja. Sind die doof? Die stehen da einfach nur. Ich habe mich fast. Ah, ich habe ja fast, ne? Eines nach unten, ne? Der ist auch schon da. Wo ist der im Haus? Unten? Mhm. Der ist links raus. Links um, 150. beim kaputten Gebäude kommt. Der bei der Rampe. Ich höre, ich höre. Nicht schon. Ja, die haben den, die haben den. Okay, ne? Er kriegt einen 7er Hit auf 2 Millimeter. Was soll das? Sind alle tot? Das ist gut. Das ist gut. Ich habe nur 18. Ich weiß nicht, wie viele die anderen haben. Aber ich kann nicht wissen. Ich habe 10. Shots, Shots. Wer war das? Ja, das weiß ich auch nicht. Wollen bleiben mal stehen. Wahrscheinlich fragt er deswegen immer nach Munition. Weißt du? Oh, Meat Hots am Start. Hi. KGVP, wie geht es dir eigentlich? Alles gut. Das weiß ich nicht. Ja, herein. Beim Philipp. Hehehehh. Hehe. Oh, 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 ah, bei mir ist noch so. Oh, 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 oh. Guck mal, wie ich nicht mitbringen kann. Guck, zack, zack. Dort ist noch ein großer Schild. Ja, PS4. Guck mal, guck mal, da, PC. Pass auf. Wie das ist leicht? Oh, Shots, Shots, Shots. Bei Philipp? Ja, ein großer Schild noch bei mir. Nee, Schatz. Ja. Ja? Ach so, du. Warum, alter? Weil du uns sagen willst, dass ein großer Schild noch bei dir ist. Ja, so ein... philipp wo ist er ich sehe kann ich sehe keine ganz oben doch doch ich habe müssen rein die die sohn ist kommen damit übelst zeit kann ich morgen mitzocken ja ich mache ich mache auf jeden fall öfter mal sub games ich weiß nicht ob ich heute noch welche mache weil ich heute schon gerne noch ein bisschen auf rockerleague wechseln würde hast gehört hier ist noch eine auto pump in grün wenn die haben will also eine dinge sind nein hier nein hier ist keine kiste mehr nein zwei dicke schilder zwei dicke schilde hier ich kann die beide mitnehmen wenn ihr wollt aber sultan braucht eins und dann kann man ja was ein großes schild schatz schatz von 240 ich meine das war 240 das war so ein vereinzelter hilferufschuss davon laufen wir jetzt mal 80 glaube ich oder einer an dem wald stück da dahinter irgendwas auf poppen sehen kurz ich habe hinter der ist richtung fabrik gelaufen glaube ich ich habe auf den hat er ich habe sogar 195 195 real in zwei häuser nimmer machen in zwei häusern ok naja machen wir auch jetzt du bist weg oh wer ist denn da geachtet worden von 195 die snipen auf uns die haben wir schon nie gehietet 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 das gefährt wow jetzt aber gut jetzt aber gut mit jetzt aber schluss mit lustig hier nein hilfe von wo von es alter geht's dem gut dem ist echt nicht mehr zu helfen dem typen ist gut lass das was ist los mit dem was von schweiharder alter vielleicht kriegt er einfach nur uns und dann rasch der uns alle drei bis er hier ist sind wir alle wieder voll haben die base und warten auf ihn da oben ja ja aber da oben mag ich die trotzdem generell die oben oben die zone mag ich lieber als wenn die irgendwie loot lake ist oder so wenn es nicht der ende soll ich hoffe es ändert nicht bei loot lake naja ich auch gleich hier rechts könnte aber es gehen dafür hier wurde nicht gelootet da ist noch ein schilden 50er oben draußen da rechts war noch nicht gelootet dann aber da haben wir keine zeit für leider ich habe 90 jahre schuss ich weiß nicht genau für die alle 53 50 das ist was war Das ist ja mal für Daniel. Okay. Nevermind. Okay, dann nehme ich das. Dann habe ich für Daniel. Nevermind. Der nimmt es auch wieder. Nein, Quatsch. Warte, hier sollten wir noch ein bisschen. Nee. Also, der Materials ist das Geheimnis bei Fortnite. Ich habe meinen Shortcut ein bisschen umgelegt jetzt. Gucken, ob ich jetzt besser bauen kann. Ich mache noch einen geeigneten Shortcut für die flache Wand. Für die Wand, für die Decke. Oder Boden. Da brauche ich noch irgendwie. Middlemaus oder anders? Nee, Middlemaus ist Dings jetzt bei mir. Wer ist das hier? Treppe und Wand. Treppe ist die eine Maustaste an der linken Seite und die andere ist flache Wand. Aber ich möchte gerne. Die habe ich nicht belegt, weil die zu weit oben ist. Aber die könnte ich eigentlich. Aber das habe ich letztens gemacht. Und dann bin ich mega durcheinander gekommen. Weil ich dann so komisch umgreifen muss. Und dann... Bei mir ist das übergelegt. Ich habe Treppe... Ich habe Treppe... Äh, Ding. Nee, der eine obere Knopf, der ist so... Also, dieser... Wo du nach vorne mit einer Seite... Der ist so weit oben. Und das nervt. Ich muss dann umgreifen und so. Das hasse ich voll. Bei mir ist so... Mein vorderer Knopf ist, dass ich Bau wieder wegbauen und Waffen wechseln kann. Darunter ist zum Duckel. 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 Wir müssen links rum, ne? Just saying. Wir müssen nach Lulek. Ja, aber wir können ein bisschen... Rechts rein rotieren ist behindert. Wir müssen direkt links rein. Ja. Ich will nicht da oben eine Energie. Da links kommen wir her. Das ist ganz gut. Da ist aber noch ein Team, ne? Denkt dran. Dieser komische Tryhardt-Sniper. Ja, ja. Da wurde eine fette Treppe gebaut mit Jumpy wahrscheinlich. Mit Jumpy, ja. Kann sein. Gehe ich von aus. Wer liegt hier? Warte, Philipp. Kass. Lukas am Start. Ist das der... Wer ist das? Reps Clan ist am Start. Ja. Wie geht's? Oh, warum habe ich gerade meine Stimme so laut nochmal gehört? Ah, kann ich mich. Bisschen erschrocken. Oh, auf 195 sind die Tryhardt-Snipert-Snipert. No fucking way. Die Tryhardt-Snipert-Snipert-Snipert-Snipert-Snipert. Oh, die Tryhardt-Snipert-Snipert-Snipert-Snipert-Snipert. Open fields für Indie. Oh mein Gott. Ich habe keine Snipert leider. Same. Ich bin schon tot. Wir können uns aber ne... Ne Digi... Ne Digi Base bauen, Digga. Boah, ich habe gerade genießt. Wie ein Neaslen. 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 ich weiß nicht ob ich da jetzt rein rutschen will wo sind die da unten bei ludweg meinst du willst du da was bauen die da alter die bauten tatsächlich eine echte brücke san francisco golden gate bridge die rotieren wir müssen sowieso rein rotieren leute wahrscheinlich rechts rum nicht sollen wir jetzt schon rechts gehen da guck mal da guck mal 300 300 kriegt er den unter der treppe 300 300 unter dieser trappe wir müssen sowieso jetzt rechts um rotieren hundertprozentig da wo wir herkommen energie das wird nie im leben hier enden das wird da ein bisschen nach nordwesten müssen wir hier habe ich hier bitte brauchst du ein bisschen dreck weg machen weiter geht's der typ der links ist weiter um rein rotiert nach 255 warum der das auch immer gemacht hat ja hier für euch alle guck mal bitte rein in die maske bei meinem seht ihr das habt ihr es gesehen die augen guck mal alien der hat einen alien kopf da drunter ich wusste es ist ein alien praktisch mit dem baum wir müssen hier rechts wir müssen hier rechts oben rein rotieren nordwesten ich hab's gewusst na ja danke 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 ihr könnt auch hell zu mir sagen ist auch in ordnung ja das geht auch klar kein problem über 170 dürfen das jetzt ein jahr über 170 sieger habe ich glaube ich mit arbeite schon ich höre schon den ersten snapper wobei die runde ja super mega natürlich ist wenn wir hier irgendwie gar kein kill ja wir können aber hier chillen auf dem hügel wenn ihr wollt wir brauchen da gar nicht hingehen was die doch kämpfen miteinander bei nordwesten sind oder welch hinterm hügel fack auf die da süden 22 40 südwesten ich bin angehettet worden bau doch bitte einen boden danke na moderne irgendwo da blut lag damit wieder irgendwann herum ich habe keine ahnung wo der ist dann locker so weg wie du vielleicht ich auch wieder ich gestern auch habe ich eine runde gehabt dreimal vom selben weg ist nach vorne hatte ich hab ein bisschen geld noch für euch hier oder zwei ich weiß nicht wie viele da sind da kann man noch welche rum die müssen aber die müssen aber die müssen jetzt vor uns rein rotieren ja die sind noch lud lag die müssen jetzt vor uns irgendwo rein rotieren ich weiß aber nicht wo die sind noch irgendwo da links 240 südwesten irgendwo da vielleicht ist das der tryhard sniper gewesen wo ist da ach ja ich sehe es südwesten sultan du musst auch die nummern sagen dass wir ultra nice die kommen da unten ja die kommen von links am baum und hier unten baut einer hoch südwesten hier unter uns kommt einer hier und das kommt einer südwesten links von uns ist auch noch einer bei 165 leute ich habe dazu gemacht damit er auf den sack geht der andere baut auch da der andere ist auch da 195 die kommen jetzt sie kommen jetzt sie kommen da unten rum südwesten auch hier vorne direkt hier vorne auch direkt hier vorne auch direkt hier vorne oder zweifel die kämpft miteinander hier unten ist noch hier und das noch einer hier und das noch einer also aber lang geht es ist wir müssen rein ein bisschen der und noch einer was der andere von denen die gehörten nicht zusammen da waren vier die gehört nicht zusammen glaube ich ich guck mal wie viel siegern war 174 174 ich immer kurz auf die leute ja bin sofort wieder da bis gleich und seid ihr noch da Ja. Keiner redet. Ja, ich schließe. Okay, wieder. Und Jonny, was geht? Ja, nichts, ne? Ja, nichts, ne? Okay. Ja. Hallo. Hallo. Guten Abend. Sehr was. Soltan. Ja. Es gibt schon ein paar. Ja, bei Mises Freieck. Ja, das war ein schöner, entspannter Sieg. Also wir haben da schon manchmal drauf, wenn wir zu ruhigen Orten gehen oder so, oder nicht so viele gegnerische Teams haben, dann holen wir schon einen Sieg raus. Aber das gefällt uns halt meistens nicht. Also die meisten nicht mit denen in den Spielen. Und wenn wir so einen Squad zusammen haben, wir sind schon ehrgeizig und wollen halt schon irgendwie jeder so seine 5, 6, 7 Kills mitnehmen und so. Das ist halt dann, dann gehen wir halt öfter schon mal gerne aggressiv drauf. Geht nicht immer gut aus. Und dann braucht man zwischendurch mal so eine Runde. Wo man einfach mal ganz gechillt, vielleicht ein, zwei Kills nur macht und so. Jeder von uns, aber dann trotzdem das Spiel gewinnt. Ab und zu braucht man das mal. Ich hab den Muld. Hast du den neuen Skin Gold? Den hier? Meinst du den hier? Ja, den hab ich mir geholt, siehst du. Der ist geil, der legendären. Heute Nacht übrigens, beziehungsweise morgen in meinem Video. Morgen früh, 7 Uhr. Da gibt es, ähm, gibt's ein neues Video. Von den Daily Videos. Und zwar kommen neue Featured Items. Bin ultra gespannt, ob da wieder komplett neue Sachen reinkommen. Denn ich warte ja noch auf ein, zwei Sachen, die ich gerne hätte. Ich tippe ja vielleicht auf eine weibliche Version von dem, den wir jetzt haben. Haben die beim Wukong nicht gemacht, ne? Mh, haben die nicht. Schade eigentlich. Aber ich fand den Wukong auch grad nicht so prickelnd. Den fand ich auch nicht so gut. Der wär geiler gewesen, hätte der so ein Affenschwänzchen hinten dran gehabt. Ist wirklich so. Ohne Witz. Ich find das so geil, wenn der ein richtiger Affe gewesen wär. Ja, ich geh hier wieder zu dem Gebäude mit dem, mit dem schwarzen Dach, mit dem. Soltan, bei uns kommen welche hin? Zwei, drei Leute. Okay, zwei, drei Leute ist gut. Vier Leute. Der hat eine Stottkart nicht gewonnen. Das sind, uhuhu, hat mich anders entschieden. Ich geh unten rein. Vor mir ist einer, er springt. Nein, er tammt. Scheiße. Okay, es wird keine gute Runde. Er ballert mich ab und wird fast down, Alter. Sollt ihr ganz oben? Nein, ganz unten. Johnny, über uns sind welche. Pippo ist hier. Hi, Pippo. Ach man, voll gemein. Über uns sind, über mir sind welche. Oh, hier sind zwei Leute. Wo, wo? Okay, okay. Oh, oh, oh. Oh. Mach Platz. Wir sind beide tot. Ich hab mich fast selber mit mir verraten, okay? Oh ja, Shotgun, danke. Alter. Ne. Ja, ne. Bin mir nicht schönhaftig. Oh, Shotgun, Shotgun. Von Ne. Ich mag hier nicht auf dem Balkon stehen. Ah, ne M16, nice. Sportplatz, irgendwo in der Shotgun. Unterhalb des Sportplatzes sind welche. Hier braucht jemand hoch. Der kommt, der kommt. Über uns, über uns, über uns, über uns. Warst du das, Johnny? Ich hab' den Balkon gebaut. Alter, leckt mich das. Oh, Johnny. Du bist so ein Plepp, ey. Johnny B. Es gibt's nicht. Hab' keine Materials mehr. Ich konnt' nicht mehr bauen, Alter. Ach, Mann. Ach, Johnny, Alter. Hey, Daniel, hast du mitbekommen, was passiert ist? Ne, was ist denn passiert? Erzähl. Was ist los? Was ist passiert? Hat das mit der automatischen Rollenvergabe jetzt funktioniert eigentlich? Für Leute, die neu reinkommen. Hat irgendeiner der Mods dem neuen, äh, die Modrolle gegeben? Würde mich mal nur interessieren, rein aus Informationsgründen. Oder ob der Bottas. Vince, let's play. Hi, wie geht's dir? Du, Sultana? Morgen ist Sonnestag? Ne, Mittwoch. Morgen ist Mittwoch. Ja, geht. Also hat der, hat der Bottas gemacht? Okay. Warte, Sultana hat ihn noch gegeben, oder? Modsrolle. Achso, Sultana hat er was gegeben? Nein. Okay, gut, dann war der Bottas, das war gut. Sehr gut. Wollte ich nur wissen. Dir geht's gut? Sauber, freut mich. Willkommen, willkommen. Schön, dass du am Start bist. Wo wir gerade von Discord reden, wenn ihr Bock habt zu joinen, Ausrufezeichen Discord. Wir sind gerade, ich weiß nicht, wie, 900 Leute, aber nicht alle online immer. Also wir sind jetzt gerade, ich weiß nicht, wie viele Leute, keine Ahnung, 20, vielleicht 100 Leute online, irgendwie sowas. Irgendwie sowas mit dem Dreh, insgesamt. Ja, sag mal so, im Schnitt 100 Leute, so. Natürlich zur Schlafenszeit nicht, aber ist immer jemand da, mit dem man quatschen kann. Oder zocken kann. Außer mit dem Pipo. Der ist unfreundlich. Außer mit dem Pipo, der ist unfreundlich, richtig, genau. Im Wappen. Mein reitender Freund. Hallo. Hey, der macht Auge, der macht Auge. Hey, der macht Auge. Oh, jetzt ist erstaunt. Jetzt habe ich ihm gezeigt, was abgeht. Ihnen gefällt's. Wir müssen ihn zufriedenstellen, sonst hackt er uns. Der blonde König. Hier, Geld für dich, mein blonder König. No skin. No skin. Was ist mit was los? Tanzparty bei uns. Wo seid denn die ja? Ja, eure Tanzparty ist langweilig, ist unseres viel besser. Ja. Wir haben noch einen blonden, coolen Dude dabei gehabt, der noch viel geiler drauf wird. Sollen wir da oben hingehen? Oder tilted. Tilted, okay. Ab zum Käse. Käse? Warum Käse? Das ist die Mathilde. Ich weiß auch nicht. Okay, Katze, habe ich gelesen, habe ich gesehen. Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Hast du eigentlich die Wochenaufgaben fertig? Nein, eine fehlt mir noch. Okay, hier gehe ich nicht hin. Hier ist nur ein Iron da oben und ein Mediket. Ey. War die Kiste nicht da, bitte. Aber warte, ich kann eine liegen lassen. Danke. Hier hat jemand eine Falle gelegt. Wer war das? Ich, 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 ich. Meine Kiste? Oh, ihr habt die Kiste schon genommen. Granaten? Sie werden abgeworfen. Von draußen den man reingeworfen, glaube ich. Sonst haben. Ja. Ja. Ich habe einen Jumpy. Okay. Oben war ein 50er Schild oben drauf. Ich habe eine Dreischuss abzugeben, hier. Die gibt es jetzt unten hier weg. Die liegt eine Schottgang. Kann sein, dass die welche sind. Ja, die wissen, dass wir hier sind. Die haben Granaten hier reingeschmissen. Wo auch immer die stecken. Ach, du hast das. Ja, nice. Nice, mein Freund. Du willst erst mal einen Toast. Ja, gute Idee. Mach ich mir auch gleich. Oh. Westen. Westen. Okay. Hab ihn zweimal gettet. Nein, Pippo. Ihr Schweine habt Pippo getötet. Oh, der snapt da unten raus. Ich brauche Hilfe. Der snapt jemand rein. Wer snapt da oben rein? Wer steht hier neben mir? Johnny. Ey, das ist so. Was macht der da bitte, Alter? Warum blockt der mich? Ey, ich kriege AIDS. Ey, ich glaube unten bei mir ist einer. Ja, ja, die pushen, die pushen hier. Die sind über uns, über uns. Da, da draußen. Äh. Äh, ja, tschüss, tschüss. Ey. Ja. 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 Ich hab zwei down im Haus. Da ist noch eine mittlere Etage. Ja, bau mal ab und komm raus. Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Komm raus. Hinter dem Bus, hinter dem Bus. Hinter dem Bus. Ja, ja. Der Johnny, ne? Von hinten, von hinten. Oh. Hey. Wuhu. Ah, bei 165 im Haus drin. Ja. Der hat mich. Aus dem Fenster. Okay. Was war's? Was? Die haben da einfach gewartet. Ich hatte eine Meldung, dass ich jemanden gequält habe, deswegen dachte ich, ich hatte einen... Hi, Silver. Der Johnny hat die Angewohnheit, vor mir zu laufen, wenn ich schieße oder mich zu blocken beim Schießen. Hast du das gesehen? Oh mein Gott. Er steht rechts neben mir. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war neben der Badewanne und dem Johnny eingeklemmt. Das ist nicht normal, Alter. Such dir doch ein anderes Fenster. Johnny! Ich war zwischen Badewanne und Johnny. Da glaubst du kein anderes Fenster auf der anderen Seite. Der blockt mich einfach. So einfricht das. Wurde dein Name geschrien? Nee, noch nicht. Das ist eigentlich mir als Aufgabe, das zu machen. Gummibären. Kann man hier irgendwie einen Tanz drauf machen? Das ist schade. Ich würde sagen Käse. Ich würde sagen Retail oder Käse, wie ihr wollt. Käse. Käse. Okay. Wir haben eigentlich gut gespielt, aber das war halt gerade überraschend, dass da noch irgendwie ein Team rumgammelt. Vielleicht sollten wir anfangen auf Playstation-Servern zu spielen. Da gewinnen wir wahrscheinlich jedes Spiel. Ich komme nicht oben drauf. Ich gehe unten rein. Selbes Haus, aber ganz unten. Ja. Nein. Ja. Python. Also. Weg. Okay. Nice. Shotgun. Oben sind welche. Bei uns? Oh mein Gott. Ja, ja. Bei mir im Haus. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich glaube, oben sind welche gelandet. Ist ja immer so. nicht da bist du ja ich höre doch jemanden schießen wo ist das da gibt doch immer so einzelne feuerstöße ab wo ist denn der typ von ende irgendwo auf wen schießt du warum um sagst du nichts da oben auf dem haus 60 ja 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 server leck der hat mich durch die wand erschossen durch dieses stück vom balkon hat er mich erschossen die pusten die pusten die pusten die pusten der neben der steht die ganze zeit kann mich einer wiederholen bitte da und da unten seiner janik am start über die hinter uns hinter euch hinter euch hinter euch der ist weh der ist weh der pust der ist hier drin wo ist denn lebt er noch oder nicht ja der lebt noch aber ist fast tot ich höre dir irgendwo der deutschland wo da unten ist der johnny und an der tür er will mich finischen ja es regnet verbände es kommt wirklich verbände ich hab noch mehr für euch warte es regnet verbände es regnet schilde ja unten drin oder was okay ultra low johnny wurde jetzt gegeben mit ja schießt eine rakete auf mich du motherfucker alter ja du bist hey hast du das gesehen pippo hast du das gesehen ja da hast du verdient hast du verdient johnny hast du verdient ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich lebe noch auch ich lebe noch das irgendwie für dich ich lebe noch das ist ihr Das ist die Falle. Nein! Ich wollte da vorbei. Egal, ist sowieso nicht schlimm. Johnny, du bist der größte Killstealer auf der ganzen Welt, Alter. Ja, aber was soll ich denn machen? Wenn der vor mir steht, ja, da kommt auch auf mich zu gerammt. Oh mein Gott, Johnny. Der Wahnsinn. Johnny. Johnny. Hm? Oh, Johnny. Du bist nicht mal richtig im Kopf, wen meinst du damit? Mich? Ich bin nicht mal richtig im Kopf. Nee, bei mir ist alles gut, aber danke für deine Sorgen. Aus Solo Squad wurde nichts? Ja, sorry. Sorry. Tut mir leid. Ich habe Katz und Maus mit denen gespielt. Ich habe gerade fast so gut gespielt wie du in Rocket League. Pikachu. So, wir sind mal wieder in die Mathilde. Ich meine... Ohne Witz. Da geht niemand hin. Aber du hast gerade nicht wie Ninja gespielt. Nee, ich will auch nicht so wie Ninja spielen. Der rastet mir zu viel aus. Ninja ist... Äh... Es hyped die ganze Zeit, weißt du? Deswegen auch sein Name. Der ist so... Der ist mir zu drauf. Smoking too much weight. Nee, dann wäre er entspannt. Der ist so eher... Cocaine. So. In die Richtung. Ich hab' ein bisschen noch. Ich hab' ein Dreischuss. So. Die fliegen da ja noch. Hol sie vom Himmel. Hol sie vom Himmel, die Enten. Sultan, wenn auch so ein... Ja. Wer hat Spiderman getötet? Ich hab's gesehen. Wann ist Spiderman hat jemand anderen getötet, okay? Seid ihr oben oder nicht? Ja, ich hab' gar nichts drin. Ich hab' gar nichts drin. Nicht mal ne Waffe oder sonst irgendwas. Ne? Ne. Sultan. Lassen sie das. Hä? Was? Ey, was soll das? Was war das denn? Was ist das für ein Bug hier? Nein! Pippo, er klaut die Waffe. Ja, komm. Er baut noch einen. Bye, bye. Ich lauf' mit einer halb vollen Dreischuss und ein C4 rum. Ja. Wie komm ich hier raus? C4 ist immer gut. C4 geht gut klar. Ich hab' nur den Eindruck mit C4 kannst du niemanden töten. Kommt mir so vor irgendwie. Da hat XNN, also hier. Dann hat der C4... Ja, ja. Ja, ja. Und da hat's aber... So easy. Soldat. Rein damit Junge. Junge, du blockierst nicht. Nein! Die sind da alle, ne? Ich hab' einen gekillt mit C4. Oh mein Gott, ich nehm' Schaden. Daniel, hier waren welche Richtung das O. Oh mein Gott. Wo? Ach so. Ach so. Die haben sich da eingebaut. Die heilen sich wahrscheinlich. Da ist du. Okay, läuft einer. Und zieht. Und zieht. Wie lange geht's hier ab? Oh mein Gott. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich bin gesnipet worden. Ja moin. Hi mein Freund. Hey, what's up? Da kommt jemand! Da rush! Der rush! Der rush da oben! Der Teddy! Der Teddy des Todes! Der Teddy des Todes! Er ist mit uns im Käfig! Er baut uns ein! Er baut uns ein! Er baut uns ein! Ich dachte, der wär' noch draußen! Er baut uns ein! Oder war er drin? Der Teddy des Todes! Der Teddy des Todes! Er baut uns ein! Oha, ich dachte grad die Eismaschine wär' an oder so. Was für eine Eismaschine? Welche Eismaschine man hat? Keine Ahnung. Apropos Eis. Erstmal gleich ein Eis, glaub ich, wenn wir Rocker League spielen. So ein Sandwich-Eis mit so Erdbeer, Vanille und Schoko. Ich hab' auch ein Sandwich-Eis. Cool. Können wir unsere Sandwich jetzt aneinander halten, wenn du willst. Oh! Also das klingt nach einem verlocktenen Angebot. Ich hab' auch noch Sandwich-Eis mit Haselnuss. Was? Sag' ich nicht! Donated 5 Euro! Sag' ich nicht! Donated 5 Euro! Schönen Abend euch allen! P-D! Schönen Abend euch allen! P-D! Ja, mal ein paar Herzen raus für Sag' ich nicht! Wer auch immer Sag' ich nicht ich ist! Ich weiß ja, wer Sag' ich nicht ist! Aber darf ich ja nicht sagen! Dank dir für die, dank dir für die Donation! Das ist auf jeden Fall nicht nötig, aber danke! Danke! Da gab' mal ein paar Herzen raus! Wer ist das? Darf ich nicht sagen? Hast ja gerade gesehen! Los raus damit! Wer ist das? Darf ich nicht sagen? Hab' ihr doch gesehen? Sag' ich nicht! Sag' ich nicht ist das! Aber auf jeden Fall vielen Dank! Vielen, vielen Dank für die Dorechten! Ich sag' ich nicht! Du sagst was? Ich bin nicht! Hätte ich auch gesehen! Ah, wohin? Nö, meine, meine! Haha! Was gab's wenigstens drin? Sag' ich dir nicht! Oh, wo bist du? Oh! Oh! Was los ist da jemand? Die Kiste? Ja da kommt jemand! Johnny 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 die besten 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 kommt jemand! Wo kann ich meine Ska einsetzen? Kommt mal her, kommt mal her! Kommt gleich jetzt! Ich hab' noch ein Schild! Laber keinen Unsinn! Wenn du jetzt eine Ska hast, ne? Dann will ich die sofort haben! Ich kann dir einen Tanz zeigen, wenn du willst. Okay. Zeig. Zeig. Hey! Sultan! 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 Alter! Beim besten sind welche Leute, pass auf! Riecht jetzt wenigstens ein Eier? Sultan! Ihr seid so Affen! Ihr seid so Affen! Ihr seid so Affen! Vollidioten! Alter! Weißt du was die machen Pippo? Legen die Waffe hin und nehmen die mir weg! Scheiße! Ich brauche noch eine Trapper Elimination, die brauche ich jetzt schon. Willst du alleine spielen oder was? Achso. Okay. Ne, ne, ich brauche ihn noch schnell. Ey, wieso töten die mich mit? Wieso töten die mich mit? Wieso? Nein, komm doch rein! Neeee! Komm doch rein! So, ich muss mir wach gehen. So, ja ich wechsle jetzt. Der Rocket liegt noch ein bisschen. Oh shit, ich wollte doch gar keinen Drake hier spielen. Jetzt spiele ich auch so den Drake ab. Sorry Drake, war nicht so gemeint. War ein Frank, Drake, sorry. War auch nur ne Sekunde. So, ich spiele jetzt noch ein bisschen Rocket liegt glaube ich zum Ende. Ja, Rang nur wenn ihr, wenn Johnny keinen Scheiß baut. So wie gerade. Und halt so Idioten. Du kannst Johnny und Sultan nicht zusammenspielen lassen, Alter. Das ging noch nie. Das hat noch niemals funktioniert, Alter. Nie. Früher schon nicht. Du kannst ihn nicht zusammenspielen lassen. Der macht dir alleine. Der macht dir alleine nur Scheiße, der Johnny. Und wenn da noch der Sultan hinzukommt, das kannst du komplett vergessen. So geil. Da liegt die Scar. Er kann nicht mal mehr atmen, hörst du das? Auf einmal sehe ich, wie die Rakete kommt. Er kann nicht mal mehr atmen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das ist so unglaublich. Und dann haben wir alle drauf gelaufen. Das ist nö, sehe ich gar nicht an. Nö, ist überhaupt nicht lustig. Aufgrund meines Wettbewerbsverlauf muss ich nochmal neu mich einranken. Was? Ne, muss ich nicht. Ich hab alles noch. Was ist das? Kennst du die Meldung bei Dings? Bei Rocket League? Was heißt denn in der Aktivität? Übrigens, wenn wir das Spendenziel voll haben, ich muss das mal eben umbenennen. Mach das mal eben schnell. Dann, das ist nicht nur Stream Support, sondern wir machen dann Mario Kart Turniere. Einmal im Monat. Weil ich würde mir dann eine Switch holen und auf Mario Kart zwischen durchspielen. Auch ein bisschen PS4 wieder spielen. Ich muss das nochmal eben einstellen hier. Damit der Text anders heißt. Genau, nicht Stream Support, sondern... So, einmal speichern. So, jetzt stimmt doch das Ziel wieder hier. Ha. So. Ja, ich rank erstmal ein bisschen. Und dann gucken wir mal. Du hast was zu traden, Eni? Okay. Dann hol ich dich mal rein. Aber, Mia, wenn du Lust hast, kannst du mit Sultan, wenn ihr beide Bock habt, weiß ich nicht genau, Subgames spielen oder so mit Leuten. Das liegt aber an euch. Weil ich rank erst ein bisschen und dann würde ich ein paar Subgames machen. Ah, Mia bietet das sogar an. Ja. Ja, warum nicht? Er hat halt einfach diesen... Diesen Dings oben drauf. Kuraco hat mich eingeladen. Gucken, was Kuraco möchte. So, was wollt ihr traden, Leute? Ja, können wir auch ruhig morgen machen. Das ist kein Problem. Kein Problem. Ich teste jetzt gleich erstmal den Werwolf, den ich habe. Wollte ich sowieso mal eben kurz machen. Den einstellen. Ich habe ja hier noch einen Werwolf rumfliegen. Das sieht halt ultra nice aus, ne, Träger und auf dem Werwolf. Das ist irgendwie schneller, oder meine ich das nur? Sollt ihr noch da? Kann ich mich noch hören? Ja. Ja. Ich sehe das... Achso. Sieht irgendwie besser aus. Das sieht aus wie Spider-Man. Ein bisschen. Fünf Schlüssel von Eni? Really? What the fuck? Haut mal ein paar Herzen raus für den Eni hier. Fünf Schlüssel von Eni. No fucking way. Dank dir, Eni. Holy shit. Sollen wir jetzt doch Osterkisten aufmachen? Ich glaube eher nicht. Wie heißen die Kisten überhaupt? Habe ich noch eine von denen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alle geöffnet, ne? Hatte ich ja eine? Wie heißen die neuen Kisten? Irgendwas mit Frühlings-Event oder so? Ich habe so viele... Da Frühlings-Event gesessen. Ich habe zwei Stück. Wir können ja mal zwei öffnen. Frühlingsgefühle heißen die, glaube ich. Oder? Ja, ich öffne mal zwei. Ich habe zwei Stück können wir öffnen. Vielleicht kriegen wir was Schönes raus. Schauen wir mal. Jetzt kommt's. Ja! Woo! Donut-Fan bekommen. Geil. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Hammer. Hammer. Und lackiert sogar. Wie geil. Lackiert? Ja. Wohin? Kann das sein Covid-Blau? Also entweder ist der Hase gepaintet oder der Hintergrund. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von den beiden... Stopp, der Hase. Ah, und ein Decal. Okay, schade. Nee, das... Wie geil das aussieht, Alter. Warte mal. Banner verwalten. Nur mal die passende Farbe dazu machen. Machen wir mal rot. Wie geil! Ich habe ein blaues Häschen, was mal unten eben kurz ein Donut ist. Wie geil. Wie geil ist das denn? Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil! Wie geil ist das denn? Eni, dank dir nochmal. Vielen Dank nochmal. Wie viel ist der Wagen wert und wie heißt der hier? Werwolf. Ich habe dann jetzt den Himmel blau. Ich weiß nicht genau, wie viel der wert ist. Das kann ich ja nicht ganz genau sagen. Ich habe 26 Punkte beim Spezial-Event. Was wollte ich nochmal holen? Den Clown. Genau. Machen wir den Rank? Ja. Danke, danke Eni. Vielen Dank. Ohne Witz. Dankeschön. Vor allem, guck mal, ich habe ein geiles Banana durchbekommen. Ich weiß, der Gunny hätte das gerne. Gunny hat nämlich schon die ganze Zeit gesagt, dass das eines der besten Dinge ist aus der Kiste. Finde ich auch. Bin ich auch der Meinung. Der Wagen erinnert mich halt so hart an den Spielzeugwagen von früher irgendwie, den ich habe. So ein Matchbox-Auto. Habt ihr eigentlich früher mit Autos gespielt? Ja. Wisst ihr, was ich immer gemacht habe? Ich habe früher so Crashs gemacht und dann habe ich mit dem Hammer auf ein Auto draufgeschlagen, um zu zeigen, dass er so ein Crash hatte. Ja, ja. Voll schlimm. Ja. Du musst, du musst, oh, ich habe mal mit dir gepasst zum Philipp. Ja. Ich muss... Ich habe keinen Fall noch da drauf. Du musst es doch wissen, Johnny, du bist doch ein Rich-Kid. Du hast doch bestimmt 15.000 von den Autos gehabt. Und bist du ganz kaputt gegangen, hast du direkt ein neues bekommen. Boah. Was heißt, drei, so eins? Drei, so eins. Schon gekommen. Ja, ja. Oh, lieber Johnny, ist er kaputt gegangen. Hier hast du nochmal zehn neue. Schlag nicht so hart mit deinem Diamanten in den Hammer auf die Autos. Was war das, Johnny? Das war ja mehr Noob als ich. Ja, was soll ich denn da machen? Ich dachte, der trifft ihn. Aber der Werber ist komisch, Alter, beim Fahren. Oh mein Gott, die Parade. Der ist, äh, der ist ultra weird irgendwie. Der hat ein bisschen was vom... Ich weiß nicht, Octane oder so? Ich bin mir nicht sicher. Das ist nicht so hundertprozentig vom Octane. Ja, ja, Smoke Crate, du. Schönes Wesen. Du wunderschöne Kreatur. Scheiße. Ja, er braucht mich auch. Sonst könnten wir Diamanten verkratzen. Ja. So, fertig. Der Johnny. Ach, mir ist nicht verloren. Oh, hi, du kannst mich auf Grandcham pushen. Ja, nee, ich habe Leute, die mich auch auf Grandcham pushen könnten, aber will ich gar nicht. Das ist gut. Will gar nicht gepusht werden. Willst du das auch mit Mia? Oh mein Gott. Mit der Mia, meinst du? Ähm, aber das wird ernst. Ja, ich habe heute einmal alles gesagt. Oh, hi, Mia. Was? Ich habe wirklich kein einziges Mal gehört, ohne Witz. Ich auch nicht. Was ist das für ein Boost? Das ist Flammenwerfer in Hellblau. Oh, nee, hier bei dem gar nicht. Habe ich hier Hellblau? Warte, nicht gucken. Oder weiß, eins von beiden. Hier ist der Weiße. Ich teste gerade zum ersten Mal den Werwolf. Der fährt sich so komisch. Irgendwie. Ich würde sagen, irgendwie, der fährt sich seltsam. Ja, was soll ich machen, Alter? Versuch den rauszuholen. Aber der Wagen ist so... Keine Ahnung. Und wir spielen auch gerade nicht gut. Äh, ich hatte ja keinen Bus. Ach so. Wir spielen einfach gegen Kirby. Das ist Kirby übrigens, Johnny. Da ist er. Damit du ihn siehst. Ja, hab ich schon gesehen. Wie kann man Kirby nicht kennen, Alter? Das ist halt echt unverantwortlich von dir. Ohne Witz. Wer ist Kirby? Oh mein Gott. Was habt ihr alle für eine Erziehung gehabt? Ihr kennt Kirby nicht, Alter. Was? Meinst du Her... Was? Wer soll ein Herbie sein? Meinst du das Auto? Das Weiße. Ey, du sagst, du kennst Herbie, das Weiße Auto. Aber du kennst nicht Kirby? Nein, wer kennt Herbie nicht? Wer kennt Kirby nicht? Was meinst du? Es ist so, als wenn du sagst, ich kenn Mario nicht. Ja, ich kenn Luigi nicht mehr. Oh mein. Dieses dicke Tier? Ey, Leute, können wir abbrechen und können wir mal ein ordentliches manchmal. Ansonsten ranken ich mit anderen Leuten. Weil wir bauen immer Scheiße irgendwie. Das nervt. Meinst du Herbie oder Kirby? Ich mein Kirby... Ist Kirby nicht das Tier, das dicke Tier? In den Spielen immer. Ja, ein Nintendo-Spiel, ja. Ja, ja, das kenn ich. Ich dachte, du meinst, Herbie, das Auto wie Rocket League, irgendwas für einen Zusammenhang. Keine Ahnung. Hm. Nee. Kennst du Herbie nicht? Was? Na klar kenn ich Herbie, aber davon red ich doch gar nicht. Alter, wo sind wir gelandet in dem Gespräch? Ich dachte... Die Pyjama-Gang, ja, morgen. Guten Abend. Sieht auch ultra nice aus jetzt, der blaue Wagen. Der Werbau sieht geil aus mit dem Träger und ohne wird's richtig gut aus. Schöner Fäck. Ich muss so eine Fäckchen-Fäckchen. Ups. Ey! Ich hab's einen. Daniel, ich brauche den Donut-Fan. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass du ihn brauchst. Oh, was mach ich? Was da reingeht, ist so traurig. Was war das denn? Es gibt Herbie, Kirby und Furby. Ja. Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht. Ich würde sagen, dass er dann seinen Klodeckel zugemacht hat. Sultan? Mein Klodeckel? Der ist halt echt auf der Toilette. Plumpst bei ihm die ganze Zeit was rein. Plumpst bei ihm die ganze Zeit was rein. Entschuldigung. Was? Okay. Okay. So. Okay. So. Okay. 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 Oh, schön Okay Oh, shit Wie kann man es zuversauen? Du hättest den allerletzten Touchdown, den du gemacht hast, hättest du nicht machen müssen, dann wäre der reingegangen Zu 100% Der wäre auch so reingegangen Nee, nee, du hättest den komplett reingemacht, selber Hättest den letzten Touch nicht gemacht Ich weiß nicht, warum du den gemacht hast Nochmal Du hast dann praktisch eine Vorlage gegeben, aber der wäre reingegangen Auch ohne, dass du eine Vorlage gegeben hättest Ja, man muss aber Vorlage Ich meine, ja, da geht es vielleicht durch, aber Also, ich muss hier eine Vorlage Was war das? Ich weiß ja auch nicht genau Jetzt macht er Luftgebläse Luftgebläse Oder bläst du ihn in sein Glas, oder so? Ich weiß ja nicht, was du da hörst, aber dann auch nicht Seit wann kostet eine PS4 1500 Euro? Ich weiß ja nicht, wo du die kaufen willst Ja, bump mich nochmal Macht gar keinen Sinn Ja, wir machen gleich Subgames Wir machen gleich Subgames Mia ist ja auch gerade im Subgame mit Sultan Da könnt ihr gerne joinen, wenn ihr wollt Leute, alle mal rein joinen bei Sultan und bei Mia, würde ich sagen Ich hab nicht so viel Boost Ja, kein Deine Goal Donation, du Held Ah, danke Danke, dass ich dein Held bin Und wir haben ein bisschen freundlicher Ansonsten schmeiß ich dich raus Und du Held Dann bist du nämlich der Held der Woche Aber bist du wahrscheinlich sowieso schon Und es geht nicht um eine PS4, die ich kaufen will Wenn ihr richtig lesen könnt, dass du Held Denn die Leute, die hier schon länger in der Community sind Wissen, dass ich eine PS4 habe Und am Anfang mit PS4 angefangen habe zu streamen Aber das ist danach wieder PS4-Spiele und darauf auch Aber du bist sowieso nicht in meinem Discord drin Du weißt eh nicht, worum es geht Man hätte ja fragen können Statt einfach eine blöde Aussage zu machen mit Du Held dahinter Was hältst du davon? Du hältst auch keine Beleidigung Ne, aber ist negativ gemeint Sonst könnte ich auch jeden Satz mit Beenden mit Ist ja negativ gemeint Du Held Könnt es wahrscheinlich auch nicht so prickelnd, oder? Du Held Nur ein Beispiel Aber stell dir eine normale Frage, kriegst du eine normale Antwort Ganz normal Ich bin kein kleines Kind mehr Du Held Sorry, du Held, falls du es nicht verstanden hast Er ist ein ganz cooler, er sagt irgendeinen Satz Und wenn man den nicht sofort versteht, weil er einfach aus dem Kontext gerissen hat Ohne überhaupt einen Kontext dazu zu liefern Weil er hat irgendwas gelesen und geht davon aus, dass ich exakt dasselbe weiß, wie er weiß Und worüber er gerade redet Und deswegen schreibt er dahinter, du Held Das sage ich zu jedem deiner Freunde Ja, dann ist es aber nicht gut Du solltest eventuell deinen Wortschatz ein bisschen überdenken Du Held zu sagen, zu jedem deiner Freunde ist jetzt auch nicht gerade die beste Aussprache Kannst dir wahrscheinlich denken Habe ich noch nie gehört, dass jemand die ganze Zeit nach einem Satz sagt, du Held Ich habe Alter und Digga gehört, aber du Held noch nicht Diggi habe ich auch schon gehört Diggi kenne ich auch, ja, aber du Held kenne ich nicht Yo, yo kenne ich auch Sorry, wenn es jetzt so rüberkommt, dass ich dich irgendwie anmache oder so Aber nee, mach ich nicht Aber ich sage nur, wenn so eine Art von Antwort kommt, dann kommt auch so eine Eine Art Frage kommt, dann kommt auch so eine Antwort zurück So bin ich halt Kackst du mich an, kackst du mich zurück Oder wenn ich es halt so aufnehme Ich muss dann den Zerber abmachen Ich sage es mir und das wird jetzt vielmein Du hast gewusst Nein, ich feiere dich Okay, Zerber Ich bin kurz noch Toilette zum Gästen Ich habe auch kein Problem mit dir Ich würde dir nur sagen, es gibt eine blöde Frage Das ist aber auch der Grund, warum, glaube ich, viele das feiern Johnny Ich habe Dreierboost Ja, ich bin im Bus Im Nils Bus Warum der ist ganz lieb und süß, habe ich gehört Der kann auch heute nicht das rufen Oh mein Gott, der geht nicht rein Aber Adam, kenne ich dich aus meinem Discord Das ist bei mir im Discord Nein Gibt es einen Sub-Server? Ja, es gibt einen Sub-Server Was ist schlimmer von den beiden Dingen? Das ist meine Nase Oh, schade, Johnny Schade Hast du gerade mit dem Controller deiner Nase gejuckt? Ich habe den Clown ins Weltall geschossen Nee, bist du noch nicht? Okay Hast du noch einen Titan? Nee, ich habe keinen Titanweißen, ob der mehr Ich hatte mal einen Ich hatte sogar zwei Aber die beide verkauft jeweils Im Grunde genommen drei Aber in der PS4 hatte ich auch mal einen Aber es war damals zu attraktiv Das Angebot, was ich bekommen habe Deswegen habe ich verkauft Na, du suchst einen Titanweißen, ne? Oh mein Gott Warum versuche ich den Ball anzuschneiden, Alter? Sorry, Alter Ich habe versucht den Ball anzuschneiden Hat nicht funktioniert Und der Werber Der dreht sich so langsam, Alter Der ist ja wie das Bettmobil irgendwie Ja, der muss ja nicht mehr mit uns ranken Pippo, sorry Ich meine, ich steige hier auch ab Wenn ich mit euch spiele So ist es ja nicht so Wenn ich mit gleichen Leuten spiele Dann, ähm Also ich habe mit DNS letztens gezockt Und mit noch jemanden Dann steige ich hier auch auf Und dann spielen wir auch gut zusammen Weil das wahrscheinlich gleich das Level ist Ja, ja, ansonsten spiele ich gegen höhere Gegner Und dann ist es ein bisschen zu krass Ey, Maru, was geht? Guten Abend Alles gut bei dir? So, seid ihr noch im Subgame drin, ihr beiden? Aber wie geil das ist, der Banner Der fritt Guck mal da unten, der Hase bei mir Ahm Da ist er ein Stückchen Ähm Ja, würde ich sagen Ja, wäre geil, dann bin ich hier raus, gell Ja, okay Astia, ciao, ciao Ja Kannst du mich da reinmachen? Ja, sofort am Moment So, im Moment Wollen wir dich Oh mein Gott, Jonas Guck mal, mit was Jonas fährt Welcher Wagen ist von mir Welcher ist von Jonas? Ich glaube, ich brauche da nicht dreimal von Jonas Der Werbauf ist ganz gut, aber ähm Ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich bin mir echt noch nicht sicher Alles dufte? Wie geht's dir so? Ja, alles super soweit Danke, und bei dir? Alles dufte, sagst du? Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört Geil, oh hi Gündi, tief durchatmen Ich weiß, dass du den Banner brauchst Das Börschchenk ist man, ne? Und das bewegt dich, scheiße Ja, ja, glaub ich auch Also, wenn Snipes, wenn ihr mitmachen wollt Viermal die sieben Wenn Snipes, viermal die sieben In blau sieht der halt übelst nice aus Wie ich finde Mit dem Trigon Das passt so richtig geil Mit diesem leuchtenden Weiß da durch Guck dir das mal an Sieht richtig nice aus Ich glaube, ich muss da auch die weiße Dings draufsetzen Aber womit rot sieht auch ganz gut aus Wie lange ich dich schon kenne? Oh, das weiß ich nicht Schon ein bisschen länger Mit dem anderen Namen war es ja schon eher da Wasse PS4-Zeiten schon am Start? Ja, ne? Ich glaub schon Oder? Oh mein Gott Ich will mir nicht wissen, ob du PS4-Zeiten schon am Start warst Aber kann gut sein Geht mir dieses Und John ist nicht mehr aus Ja, bei deck mal PS4-Zeiten ist ja schon einige Zeit her Das ist ja jetzt locker schon Boah, wie lange ist PS4 her? Im übernhalb des Jahr Ja, ne? Ich ja, die will ich nicht lieb Warte, dass das ist ja Boah, ist nicht im Sommer Ich muss mal Sommer Genau neun Monate Ja, ne? Ja Ja Oops Oops Oh, shit Oh, shit Da waren auch Raisi und Para am Start. Ja. Kommen PS4-Zeiten wieder? Ja, das meine ich unten mit PS4, um nochmal darauf zurückzukommen. Also, ihr seht hier unten den Spendenstand. Ihr wisst, ich mache ja jetzt jedes Jahr immer ein Rocker League-Turnier, jeden Monat. Und da gibt es ja was zu gewinnen. Und dasselbe würde ich gerne auch aufbauen mit Mario Kart. Ich würde gerne Mario Kart-Turniere machen. Dafür aber erst die Switch. Eine passende Capture-Card holen, die wenig Latenz hat. Also eine der besten Capture-Cards holen. Und das auch ordentlich für euch zu machen, alles gut darstellen zu können. Und dann werden wahrscheinlich PS4-Zeiten zurückkommen. So zumindest einmal die Woche oder so. Habe ich mir gedacht, werden wir wieder ein bisschen PS4 zocken. Und... Und... Genau eben. Wenn wir das Spenden-Ziel voll haben, werden wir das machen. Weil da müssen noch Spiele organisiert werden. Und Capture-Card organisiert werden. Es müssen eine Switch organisiert werden. Controller organisiert werden. Ähm... Da sind noch ein paar andere Sachen. Aber, ja. Werdet ihr alles sehen, sobald es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Sobald wir das Spenden-Ziel haben, sage ich euch Bescheid. Und dann werden wir kurz danach damit anfangen, würde ich sagen. Aber was am PS4? Ähm... GTA ist geplant an der PS4. Denn das haben sich einige gewünscht, weil ich das ja komplett... Ich habe das zwar auch auf dem PC, aber da spiele ich es halt überhaupt gar nicht. Und einige haben sich gewünscht. Ich glaube, auch die meisten spielen das auf der PS4. Macht es am meisten Sinn. Das ist eines der Spiele, die wir spielen wollen. Und wahrscheinlich noch zwei Spiele. Aber es kommt so ein bisschen darauf an, ähm... Was die Zuschauer so spielen. Was wir... Zum Beispiel Rocket League spielen wir ja auf PC mittlerweile. Könnte man auf Playstation auch spielen. Macht aber eher wenig Sinn. Weil ja auch bald die Sub-Lobbys kommen sollen mit PS4 und mit PC. Und deswegen macht das da nicht so viel Sinn. Genau. Crossplay. Ganz genau. Dass Crossplay so kommen. Das macht nicht so viel Sinn dann. Deswegen kann man auch am PC bleiben. Und GTA macht auf jeden Fall Sinn für die Playstation, glaube ich. Das Spiel... Das ist so der Großteil der Leute, die das spielen. Und dann müssen wir mal schauen, was auf Playstation noch Sinn macht. Da gibt es bestimmt einige Sachen, die man aber machen kann. Aber das kann man ja relativ kurzfristig planen. Daher auch dann der etwas größere Spendenstand. Wenn wir es auf die Reihe kriegen, dann kann man kurzfristig planen. Ihr wisst, so eine Playstation-Mitgliedschaft kostet auch wieder irgendwie 60 Euro oder so im Jahr. Ja, ist toll für das Tor gerade. Ich habe in den Chat geguckt, bin einfach hinterher gesprungen. Dann ist er so bescheuert abgesprungen. Wir können ja wieder GTA spielen. Ja, dann könnten wir wieder GTA spielen. Aber dafür müssen wir erstmal Spenden-Ziel vollbekommen. Genau, Nico ist zum Beispiel einer, der sich das wünscht. Ein bisschen GTA, weil Nico ist halt so ein mega GTA-Spieler, was Playstation angeht. Und ich habe da ja auch gar nichts so wirklich an der PS4. Und ich weiß, dass einige von euch richtig viel haben. Sultan zum Beispiel, mit Unlocked All und so. Ich meine, alles erspielt. Er spielt? Seit fünf Jahren. Ja, ja, easy. Easy, easy. Zum Beispiel er mit seiner Anja. Oh mein Gott, dann sehen wir Anja wieder. Nein, nein. Ich habe sie operiert seit einem halben Jahr. Ernsthaft? Sieht aus wie eine Barbie. Oh mein Gott. Wenn er es schon sagt, wie eine Barbie, dann ist das, die ist bestimmt voll eh... Hat die immer noch Entenfüße? Hat die immer noch... Hat die Entenfüße? Was hat sie immer noch? Hat die Entenfüße? Okay, da an dieser OP kann ich leider nicht teilnehmen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann ist das Sultan am Start, was PS4 angeht. Weil Sultan ist ja... Ach ja! Und was PS4 angeht, können wir wieder Freitag der 13. spielen. Auch mit Sultan und so weiter. Ähm, das werden wir auf jeden Fall zocken. Das habe ich nämlich auch noch auf der PS4. Da sind so ein paar Spiele, die ich noch habe. Der Paddert habe ich auch noch, ja. Ja, es sind neue Sachen dazugekommen. Zum Beispiel Michael Myers dazugekommen. Ja, das könnten wir zum Beispiel auch spielen. Ich habe eine GTA-Crew. Ich habe eine GTA-Crew. Sogar mit Logo, wenn du teilnehmen willst. Gerne, schick mir eine Anfrage. Habe ich jetzt schon gemacht. Ich glaube, die heißt Wenn Snipes. Müsst ihr mal gucken. Die hat ein Snipes Family Logo. So ein SF-Logo. Ich glaube nicht. Jetzt hat doch noch dieses blaue Manikin. Ne, ne. Doch, habe ich geändert. Habe ich geändert. Achso. Sorry, ich habe nichts gesagt. Boah, wie er geiert. Ja, ja. Er geiert noch. Aber ja, das ist so der Plan. Dann Mario Kart, Mario Party. Das sind so Sachen, die ich mit euch spielen will. Dann die Smash Brothers. Smash Brothers kommt nämlich raus. Wer das kennt für Nintendo. Richtig geilen Kampfspiel. Was man im Koop spielen kann. Beziehungsweise mit vier Leuten oder so. Ich glaube mit acht Leuten sogar. Mario Party. Das wird was. Darauf freue ich mich. Ja, das wird richtig lustig werden, glaube ich. Alles zusammen. Und das ist so, dass das Ziel, wenn wir das Spendenziel erreicht haben. Das ist so der Plan für das Jahr. Damit wir so ein paar neue Sachen mit reinbringen werden. Cross-Konsolen mit reinbringen werden. Wir haben jetzt mit Sea of Thieves Xbox auch mit drin. Auch wenn es nur ein Spiel ist erstmal. Aber wir haben Xbox auch mit drin. Wir hätten dann die Switch mit drin. Wir haben die Playstation mit drin. Und wir haben den PC mit drin. Haben wir alles abgedeckt. Und wir können mit allen Leuten zusammen spielen. Was richtig geil ist. Dann kriegen wir neue Leute hinzu. Leute, die verschiedene Sachen spielen. Und bestimmt auch einige von euch, die dann über die Jahre wahrscheinlich auch mal eine Switch oder sowas holen. Weil die auch nicht mehr so teuer ist. Du deinstallierst Rocket League? Nee. Du bist auf, Vayne. Alles klar, Toto. Vielleicht lass den Server mal offen. 4 mal die 7 war der Server, ne? Kann ich reinposten. Romnia. Ja, dann kannst du die Zuschauer fragen, ob die Halo in Cobalt Blau haben auf PS4. Heißt du auf PS4 Get on my Ferrari. Dominik Schneider. Also wenn jemand Cobalt Blauen Halo hat für die PS4, Get on my Ferrari. Heißt der Dominik. Der kann ja nicht mehr adden. Der sucht einen. Ich hab extra gebremst. Und dann bremsen wir beide wie die kleinen Omas. Wenn du 18 bist, gönnst du dir ein PC. Muss sein. Muss sein. Ein PC muss 100%ig sein. Ohne Witz. Denn das ist so eine... Weil überlegt mal, wenn ihr Spiele dafür kauft, dann ist es für immer. So für jeden PC, den ihr dann habt. So und das habt ihr bei den Konsolen die meiste Zeit zumindest nicht. Ich weiß, es gibt so Backwards-Kompatibilität und so. Aber auf lange Sicht hinweg ist es halt eben nicht der Fall. Und das ist halt immer so schade. Dann gibt es halt so Spiele, die immer noch rauskommen als Remastered. Was null Sinn macht. Dann gibt es so doppelt Geld aus für irgendwie... ein Spiel, das brauchst du am PC einfach nicht machen. Und die Spiele sind so günstig am PC. Du zahlst teilweise für ein Spiel, was 50 Euro an der Playstation kostet, irgendwie nur 20 am PC. Oder manchmal weniger, wenn es im Sale ist. Das ist halt richtig verrückt. Das ist aber auch voll der krasse Preis. Ist bei PC immer so billig und PS4 bleibt immer geil. Das ist der Shop, das macht ja das, was keinen Sinn macht beim Shop irgendwie. Jaja, vor allem wenn es so Spiele sind, die so mehrere Jahre schon vorbei sind, ist immer noch gleich der Preis. Ja. 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 Du hörst Geräusche? Ich bin eingebrochen bei dir. Ich hoffe es nix. Wie findest du die Donut-Räder? Ja, geht so. Ist halt eher lustig als ernst zu nehmen, muss ich sagen. Ich hab die jetzt in rot schon gesehen. Einer von uns hatte die in rot. Ich hab die ganz normalen Standard. Und ja, ist halt lustig. Wie gesagt, ist nix Ernstes. Kannst du mal drauf machen, aber... Plus Play, Plus Games, monatlich sind auch 50 Euro manchmal wert. Das stimmt. Manchmal sind sie gut. Biss du raus, hast du gesagt? Nee, das ist mir unfair. Jaja, ist unfair. Ja, ist mega unfair. Du warst egal. Aufgeschissen. Bisschen sag ich ja, in letzter Zeit spiele ich noch nicht mehr so gerne Sub-Games, weil zu viel Unsinn ist. Viele Leute triaten immer zu krass. Oder machen immer Teams, die keinen Sinn machen. Als wenn die irgendwie ESL spielen würden. Oder so. Die guten Spieler tun sich immer zusammen. Das macht nämlich keinen Sinn. Ja, moin. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Ich glaub gar nicht, dass ihr so wirklich kommt das kannst. ich habe sie auf thieves ring gehört ich höre die stimme des dünners ich höre den den geist des dünners kann ich der erscheint in meiner nacht und sagt mir so wenn du hunger hast kauft die eine dünner was redet er was ist denn da los das fladenbrot mit den engelflügel zum schritt der switch bei der welt ist mein einjähriges sondern kenne ich dich bald ich habe vor mein pc was ich habe dich vor meinem pc gekannt echt ich bin raus du bist raus okay ja ich mache noch zwei runden offline der server okay okay jonas ist gleich so zwei runden mache ich noch machen wir mal vier mal die vier wenn ihr reinkommen wollt zwei runden mache ich noch dann bin ich raus ich mag auch döner letztes daily video ich könnte ich könnte was war das von geräusch ich weiß was bei dir mir es war mir aber das bei dir sollte aber das bei dir was denn oh mein gott mir das war bei dir so dann geh mal rein ich muss jetzt gucken ich höre es schon wieder was ist das warum holst du den döner runter oder brown und das war das bist du so dann habe ich immer wenn du redest kommt dann pieten ja oh mein gott ja was ist das mein gott das ist so als hättest du ein quietsche entchen gegessen immer noch jetzt weg was hast du gemacht was war das kann sein dass ich aber ich habe gerade mal geladen wie seltsam alter und tut mir leid ich habe es nicht gewusst hat keine ahnung mir ist jetzt gucken gegangen mir kommt nicht mehr wieder vielleicht ist ja was passiert jetzt ist immer noch weg oder er ist nicht mehr da mein tor hey kann ich das die mixen oh kuba am start was geht alvarathom killer ist am start alvarathom alvarathom wahrscheinlich ne so hat kein sinn alles gut können ich aufregen aber ich meiste es ach wenn Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, what? Nix bei dir? Ja, nix eigentlich. Wir haben ein bisschen Sea of Thieves World gespielt, was richtig geil war. So ein bisschen Piraten-Action. Hey, ich wollte heute Abend nicht mehr zocken, Gunny. Ja, ich eigentlich auch nicht. Immer so ein bisschen crazy dann, ne? Ach man, die Teams sind unfair. Ja, ja. Oh, mein Gott. Ja, ich wollte heute Abend nicht mehr zocken. Oh, mein Gott. 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 Da hinten weiter Oh shit Oh shit Eh, yeah Hallo 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 Oh, du spielst, kannst du Oh, du spielst Ich war übrigens nicht länger, also Überringst Habe ich übrigens gesagt Überringst Ich werde es nicht mehr loslegen, oder? Wegen, was? Was? Ich spiel das ein Du bist diejenige? Willst du? Nö, ich kanns ja Ach Lass uns nochmal stehen, wenn ihr reinkommen wollt Vier mal die vier Letzte Runde, da bin ich raus, aber für heute Ich glaube, ich bin jetzt schon raus Wegen Akku und so Alles klar, okay, vielleicht hören wir es ja gleich nochmal Ja Bis gleich, tschüss Das ist leicht, tschüss Mhm Oh, der geht doch, oder? Schauen Ich bin jetzt mal Ich bin jetzt mal Ich bin jetzt mal Da fährt er mit vorne. Es ist ein riesen ping bis später im abo raum ja ich bin später noch mal mit das unterwegs machen wir gleich was zu essen und so und dann komme ich in mein abo raum letzte runde hier oder ping alter ich bin übertreibend ich mach mir das erstmal noch was hier ok super krass ja macht keinen sinn bei den teams okay ich weiß es ist es ist es ist bei mir ist die teams ja ja mit absicht so ja ich bin mal raus wir hören uns später noch mal später so dass ich mal raus für heute die sub lobby könnt ihr weiterspielen wenn ihr wollt mit den teams wir haben uns morgen wieder ich bin gleich noch mal im disco unterwegs morgen wieder ein bisschen mit fortnights hier würde ich sagen mal schauen wir mal ein bisschen rocker league spielen wir haben auf jeden fall ein paar spiele wo wir hin und her wechseln können und jetzt manchmal ein bisschen muckel danke fürs mitmachen heute danke fürs zuschauen vor allem und ja schlaf gut bis morgen so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.